Ich finde, dass der Anfang nicht fehlt, ne? Naja, klar. Man weiß nicht, ob das meine Audio am Ende wird. Ich habe nicht gemerkt, dass bei Castlevania etwas vom Anfang fehlte, obwohl ich noch gewartet habe eine Zeit lang. Ich weiß, bei mir spielt gerade irgendwie wieder keine Musik. Kannst du nochmal neu starten? Und damit von meiner Seite auch. Guten Abend an die Damen und Herren auf Twitch und auf YouTube. Wir machen wieder weiter mit unserer Leihstift- und Papierrunde. Beim letzten Mal ja leider wenig zu hören. Da ist die Zusammenfassung am Anfang besonders wichtig. Ja. Wer möchte die machen? Ich habe sie die letzten paar Mal gemacht. Fokus war. Okay, dann mache ich die. Also beim letzten Mal, obwohl da keine Audio vorhanden war, haben wir ein paar Diebe verprügelt, einen Querschnitt gelähmt und alle drei getötet. Das war keine Diebes, sondern Sklavenhändler. Und einer davon hat die Sätze in den Rücken gejagt und der war Querschnitts gelebt. Ja. Danach waren wir nochmal beim Hof Magier und dort haben wir dann quasi festgestellt, dass Xorias jetzt endlich magie kann. Nachdem man sich zweimal angeguckt hat, wie es geht. Du hattest schon. Ja. Dann habe ich mir noch ein bisschen Rüstung gekauft und wir waren noch im Sanktum und Xorias hat jede Menge Magie erlernt. Und die kommt hier eine Glatze wegen diesem Einzaubertrank? Jaja, das war der Hof Magier. Der hat vorher schon eine Glatze, der arbeitet ja gerade an, dass er keine bekommt. Mhm. Und Xorias ist jetzt Iris 2.0. In Schlechter. Mit weniger Astralpunkten. Mhm. Dafür aber offensiv besser. Ja. Also ja. Und Iris und äh, Iris. Penelope und Xorias wollen zusammenarbeiten, um eine spezielle Anti-Magie-Technik zu entwickeln. Exakt. Und dafür müssen wir noch ordentlich üben. Das habe ich schon mit Osoma besprochen, wie das genau abläuft, wann ich das freischalte und so. Und das wird anstrengend werden, der Prozess. Für wen? Uns beide. Und dann wird man ja in völliger Zeit einser und so. Perfekt. Wenn wir mal so'n Glück hätten, ne? Ja, ja. Das werden wohl eher alles 20er. Na, wenn's ein 20er war, dann sind wir tot. Oh, Mann. So. Ja. Jedenfalls. Und dann, nachdem ihr die Sklavenhändler besiegt habt, habt ihr euch auf den Rückweg gemacht. Seid jetzt wieder in der Stadt. Und, ja. Penelope wollte irgendwie sehr viele Leute für eine Party einladen. Wovon die anderen im Endeffekt noch nichts wissen. Ja. Kuro und Stiebel, die sind ja jetzt noch in der Taverne und schlafen, ne? Die wollten ja Nicochin machen oder sowas. Ja, die ruhen sich noch aus. Und, ja. Xorias und Penelope sind noch im heiligen Sanktum, weil wir da gerade die neuen Zauber geholt haben. Ja, wir standen gerade davor und wollten uns wieder auf den Rückweg machen. Und haben uns lange überlegt, welche da gut geeignet wären, wo die ersten beiden, die in Frage kommen, werden die waren, die wir eigentlich dann töten sollen. Aber, ja, ne? Kann nochmal passieren. Kann nochmal passieren. Ey, wir wollen dich töten, aber kannst du uns helfen, dich zu töten? Ja. Wir fragen wenigstens freundlich. Naja, Feuer, Magie bringen uns hässlich wenig, wenn wir dann jemanden vom Element Feuer erledigen sollen. Ey, wir wollen den Wasser getötet, kannst du uns Feuer, Magie geben? Ja, klar. Ey, wir wollen den Feuer getöteten, kannst du uns Wasser, Magie geben? Aber klar. Gut, die könnten ja tatsächlich nicht miteinander quatschen, weil ansonsten könnte sich nicht einer von denen entscheiden, ja, ich würde den anderen umbringen. Mhm. Hm. Ja. Ja, genau. Dann waren wir auf dem Weg zur Taverne, meine ich. Okay, dann, der Master darf gerne beginnen. Ich darf beginnen. Ah, dafür nicht, ab in die Ecke, schäm dich. Okay, ciao. Ja, du darfst jetzt beginnen. So, okay, also. Ihr macht euch auf den Weg zur Taverne, solltet ja da wohl nicht lange brauchen, dahin zu kommen, müsstet euch ja auskennen in der Stadt. Wir sind ja nicht mit Iris unterwegs. Richtig. Aua, Aua. Ja, ähm, gut, dann kommt ihr bei der Taverne an. Da gibt es nicht die paar Minuten, die ihr da lauft. Ja, ist ja nicht weit weg. Mhm. Soxorias, ähm, wie sieht's aus? Möchtest du mit aufs Zimmer zu Kuro und Stiefel, oder? Wir können uns ruhig einmal mit den anderen treffen und sehen, ob es ja etwas zu besprechen gibt. Okay, ja klar, vorher, geh du ruhig schon mal vor, ich bespreche noch was mit den Wirt. In Ordnung, bis gleich. Bis gleich. Ja, der Wirt ist gerade am Gläser putzen. So, hi, guten Abend. Guten Abend. Was gibt's denn? Äh, ja, also, wir haben hier heute Abend noch ein paar mehr Leute eingeladen und das Ganze wird dann sowieso auf mich gehen, von daher, wir sind, glaube ich, so sieben bis zehn Leute. Wie viel würden sie ungefähr schätzen, wie viel das Ganze kosten würde? Dann würde ich ihnen das direkt geben. Das ist völlig unvorhersehbar. Das werden wir dann sehen, wenn's so weit ist. Okay, ja, wir haben ein Zwerg dabei. Ich geb ihnen hier erst mal einen Goldtaler, das sollte doch wohl als Anzahlung reichen. Betrachtet den Goldtaler, ihr habt einen Zwerg dabei. Was hast du dem versprochen? Wir haben zwei Zwerge dabei. Hm. Ja, gut. Okay. Nimmt sich den Goldtaler. Aber es kann durchaus noch mehr werden, ne? Ja, wenn es mehr wird, dann werde ich ihnen das zurückzahlen. Alles gut. Okay. Dann, bis nachher. Nachher. Dann würde ich mich auf den Weg machen zu den Zimmer von den beiden und Xurias. Ja, wie sieht's denn aus? Seid ihr mittlerweile wieder wach? Ja, ehrlich gesagt, ich konnte gar nicht schlafen. Ich hab nur drei Lichter über einige Sachen nachgedacht. Ja, dann. Und Steve? Der schläft doch. Ja. Du bist gerade irgendwie etwas leise. Der schläft doch. Der schläft doch. Mhm. Okay. Aber allerdings auch tief leise hatte ich das Gefühl, naja. Ja. Xurias ist jetzt schon im Zimmer. Ja, ihr seid beide bei der Zimmertür. Ich werde euch jetzt nicht dirigieren, dass ihr da drei Schritte gelaufen seid, um ins Zimmer zu kommen. Okay? Ja, klar. Dann, gehen wir rein? Ja. Okay. Eigentlich war ich ja schon vor dir da. Du hast einfach gewartet. Du kamst nicht an den Tür, Knauf. Okay. Oh, hi, Kuro und Steven schläft noch? Mhm. Ja, tut er. Das wäre echt schade, wenn er heute Abend verschläft. Was meint ihr? Wollen wir ihn wecken? Warum? Ach, ich habe was Kleines geplant. Das klingt nicht gut. Irgendwas geplant und so, alles schön und gut, aber wie wäre es denn, wir gehen erst mal unsere Belohnung holen. Ach, das wird uns heute Abend überreicht werden, hier in der Taverne. Okay, aber es wäre ganz praktisch, wenn du ihn weckst. Es gibt da einiges, was ich noch mit euch besprechen möchte. Okay. Sorry, hast du, wenn wir es zusammen probieren? Was schwebt dir vor? Wir decken ihn auf. In Ordnung. Was tun wir, um aufzuwecken? Ich würde sagen, erst mal ein bisschen hin und her schaukeln und mit ihm probieren zu reden, sollte wahrscheinlich schon genügen. Hin und her schaukeln? Ja, so ein bisschen dran rütteln. Dann wirf den mal auf Körperkraft. Ich mach mal mit, weil ich mir nichts dabei denke. Am besten, am besten, jetzt kommt nur eins und der wird durch die Wand geflackt. Okay, du kannst ihn ordentlich schütteln. Steven, wach auf! Ja, ich kann ihn auch. Gut, ich bitte. was zum Geier. Wer hat mich auf ein Schiff transportiert? Sie sind nicht auf einem Schiff, wir wollten dich lediglich wecken, weil Kuro noch etwas Wichtiges mit uns zu besprechen hat. Hi, Kuro, süße. Der schläft schon wieder. Ich möchte ihn aus dem Bett. Ich ziehe ihn aus dem Bett. Jetzt ist das Bett im Brand. Du willst die Decke wegziehen, dann mach mal bitte einen Wurf auf Fingerfertigkeit. Okay, du ziehst ihn die Decke weg. Jetzt, wach auf! Ich Penelope. Was? Man hat es nicht ganz verstanden, was du gesagt hast, Diebel. Könnte es nicht. Ja, ich trete in Richtung Penelope. Warum bin ich so leid bei euch? Ich weiß es nicht, das gerade ist mir umgedreht. Also jetzt besser geworden bei mir. Ja. Ja. Ey, was ist denn hier? Jetzt wirst du gerade der Reise. Also du möchtest bei mir in Richtung treten? Ja, so im Halbschlaf jetzt nicht irgendwie mit blöder Absicht oder so. Ja dann, Master? Erschwert. Erschwert. Um wie viel? Um fünf, weil du im Halbschlaf bist. kritischer Treffer. Du bringst die Belope einbahn. Oh nein. Steve. Ah. Was zum Geier? Was los? Hui. Na los, Attacke Basiswert. Wir warten. Äh, Attacke. Ach, verdammt. Ich habe jetzt meinen Charakter zum Bogen zu öffnen. Ist schon wieder so superleise. Ich weiß nicht, was los ist. Äh, Attacke Basiswert, wo bist du? Sitzt du gerade, sitzt du gerade vor dem Mikro, Steve? Ja. Das hört sich halt an, als wärst du zehn Meter weg oder so. Ne, ich sehe richtig dran. Attacke Basiswert ist... Hast du es vielleicht in den Audioeinstellungen ein bisschen weiter runtergestellt? Ach, hast du vielleicht irgendwo eine automatische Regulierung an? Hm. Ich meine, ich hätte alles ausgestellt. Hm. Naja, irgendwie... Dann, guck gleich nochmal nach. Das Mikro ist richtig. Weil ich meine, ich habe dich auf 150 Prozent und du bist so leiser als... Also bist leiser als alle anderen hier. Ich mache mal automatische Verstärkung an. Vielleicht ist ja das... ...fallst deinen Route darauf hin, dass Pakete, Discord überträgt, eine hohe Priorität haben. Okay. Entschuldigung. Audio-Subsystem. Standard, denke ich, keine Ahnung, was das ist. Ich schreibe ihn auch mal ein bisschen näher. Wir sind mal auf 150. Also, Klempfunk will er nicht haben. Hm. Ja, also, ich weiß nicht, ich wüsste mich nicht. Jetzt ist das gerade besser. Also, hm. Ja, also, wenn es jetzt wieder schlechter wird, weiß ich auch nicht. Also, ich habe jetzt, alles, mich schlechter machen könnte, äh, verändert. Okay. So, Attacke-Basiswert 8. Also, 13. Ähm. Gut, was sind Würfel? 20. 20. Er schafft es gerade so. Knapp mal eins vorbei. Parade? Moment, was? Was hast du für einen Attacke-Basiswert? 8. Ja, dann hast du es nicht geschafft. Ja, war das nicht noch mit 5 Verschwert? Ja, er schwirrt. Ja, stimmt, nicht verleichtert. Er schwirrt, das heißt, er müsste eine 3 oder weniger würfeln, Leute. Ja, Entschuldigung. lang. Er hat voll daneben gelatscht. Okay, also, er, du latscht in die Luft. Was sollte denn das werden? Oh, wisst ihr was, Leute, lasst mich ran. Ich stehe auf, auf dem Bett, gehe rüber und versuche, aus dem Bett zu treten. Meinst du, dass es eine gute Idee ist? Das ist mir so scheißegal, der soll aufstehen. Okay, dann würfle du auf Attacke, passt. Wir brauchen... Oder nee, nee, würfle nur auf Körperkraft. Also, wir brauchen keine Kämpfe mehr, wir brauchen Alltagssituationen und wirktieren dann schon an uns selber. Wir bringen uns einfach gegenseitig um. Ich habe genau 8, so viel wie ich habe. Ja, dann trittst du es. Es macht zwar keinen Schaden, aber es sollte ihm trotzdem einen Ruckler geben. Also, lagst du ihn aus dem Bett und er fliegt auf dem Boden, oder was? Ja, sozusagen. Ui! Kuro! Was sollte das? Geht's dir gut, Stiebel. Uiuiui. Ui, ist mir schwindelig. Uiuiui. Fühlt sich an, als hätte man mich durch die Gegend gerollt. Uah. Ich glaube, es ist zwar gut, dass ich mit meinem Panzer geschlafen habe. Uah. Gute Morgen, Sonnenschein. Engelig aufgewacht. Ja. So, Kuro, du sagtest, es gibt was Wichtiges zu besprechen, dann fang an, wir haben heute noch was vor. Du hast auch gesagt, dass wir jetzt eine längere Reise machen werden, ne? Exakt. Hast du dir auch vorgestellt, wie? Zu Fuß. Mhm. Ich hätte gesagt, je nachdem, wie groß unsere Belohnung ausfällt, was haltet ihr davon, wenn wir uns einen Wagen besorgen? Stiebels Fährt davor spannen und mit dem Ding unterwegs sind. So können wir mehrere Sachen mitnehmen, Ausrüstung, eventuell gedötete Tiere, et cetera, et cetera. Am besten auch so, dass mehrere Leute noch drauf gehen, meinst du, ne? Naja, naja, natürlich. Ein Gericht, so wie ein Händlerwagen, überdacht. Also so ein Planwagen, dann können wir natürlich auch schlafen. Dann können wir alle auch gemeinsam schneller reisen und nicht nur einer auf dem Pferd hin und her. Richtig. Ist eine gute Idee. Das ist eine ziemlich gute Idee. Ich gratuliere, Kuro. Was soll das jetzt bitte schön heißen? Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Hm, das war mir schon klar. Aber na gut, du bist ja auch innerhalb von einer Stunde mit dem Pferd hier gewesen. Du musstest dir keine Gedanken machen, dass du vier Stunden durch die Pampa latscht. Es tut mir leid, dass ich Vorbereitungen getroffen habe. Ja, nein, ich meine bloß. So bin ich halt auf die Idee gekommen, dass wir dann doch eventuell was brauchen könnten. Und dann so halt, da wir ja eine Belohnung kriegen und je nachdem wie die ausfällt, können wir gucken, ob wir uns einen Planwagen besorgen können. So können wir auch Kraft sparen und sind nicht, wenn wir tagelang unterwegs sind, erschöpft, wenn wir ankommen. Ja, das klingt sehr vernünftig. Aber wer fertigt solche? Hm? Aber wer fertigt solche? Tja, müssen wir mal gucken. Es gibt doch eine Tierhandlung. Spätestens da können wir nachfragen. Oder können eventuell auch bei der Gilde nachfragen, vielleicht in der Kaserne, auf dem Bauernhof, könnte man nachfragen. Es gibt viele Orte. Hm. Ich überlege gerade, aber ich glaube, die Kaserne wäre tatsächlich eine gute Anlaufstelle dafür. Aber das sollten wir erst mal sehen, wenn wir die Belohnung haben. Nicht, dass sie nicht besonders groß ausfällt, dann können wir das Ganze gleich wieder vergessen. Aber okay. So. Und was habe ich gehört? Was geht denn eigentlich heute Abend ab? Ach, das seht ihr dann schon. Und was habt ihr beide so getrieben sonst, Xurias? Penidope? Na, ich denke, Xurias kann ich das besser erzählen. Nun ja, ich habe beim Hofmagier gelernt, wie man Magie wirken kann und habe mich nun... Ich habe unter anderem von Cara magische Fähigkeiten erhalten. Cool. Von Cara. Das heißt, du hast die gleichen wie Iris, oder wie? Das sollten dieselben sein, die Iris besaß. Richtig. Mhm. Das heißt, du kannst heilen. Das sollte mir nun möglich sein. Ich werde wahrscheinlich noch nicht sofort sehr gewicht darin sein, aber mit der Zeit sonst noch irgendwelche Zauber, von denen man wissen sollte. Kann man das denn auch vielleicht üben, so dass du dann geübter bist, bevor wir in einen Kampf gehen? Da verbraucht er Energie, denke ich mal. Ja, dann müsste man halt einen Tag Opfern zum Training. Wenn wir uns in einer sicheren Umgebung befinden, in der ich mich ausruhen kann, sollte das möglich sein. Xurias, ich weiß perfekt, wie wir es immer miteinander verbinden können. Denn, wir wollten ja noch eine Technik üben. Ich könnte Penelope auch pausendurch eins aufs Maul holen, dann kannst du auch an ihr üben. Keine Sorge. Xurias wird mich öfters ab sofort mit Magie angreifen, und ich werde da sicherlich den einen oder anderen Treffen kassieren, weshalb die Heilung da sicherlich gut trainiert werden kann. Wie spät ist das dann? Wie spät ist das dann? Was heißt, Penelope nicht will, kannst du ja mit mir machen. Vielleicht gehe ich ja sogar bald drauf. Äh... Tja, wie spät haben wir es? Äh... Was sagt der Master? Es ist jetzt Nachmittag, bald Abend. Also noch ein bisschen Zeit. Penelope, es gibt da noch was, was ich dich fragen wollte. Ja klar, hau raus. Du bist doch eine Adlige. Ja, ich komme aus einem Adligen Familienviertel. Warum? Habt ihr auch Dienstmädchen oder Buckler? Und weshalb fragst du? Fürs Informationsbeschaffen würde ich mich gerne ab und zu verkleiden und keine Verkleidung ist so effektiv als die eines Dienstmädchens. Darum wollte ich fragen, ob ihr eventuell eine Dienstmädchengarnitur in meiner Größe hättet. Da werde ich dich leider enttäuschen müssen. Meine Eltern sind zur Zeit verreist und es werden wahrscheinlich alle Diener mitgekommen sein und auch die ganzen Wechselklammerten. Gibt es vielleicht noch alte Kleidung von dir, die mir eventuell passen könnte? Nun ja, jetzt verzweifle ich. Meine komplette alte Kleidung ist immer noch im Königspalast. Und das ist eigentlich nur für die Ritterausbildung gedacht gewesen. So edle Klamotten, davon habe ich nichts mehr. Verdammt, dann muss ich gucken, wie ich anders an solche Sachen rankomme. Na ja, das war zumindest ein Versuch wert. Muss ich halt mal zu einer Schneiderunie in Drittmarfragen. Genau, das klingt eigentlich nach einem guten Plan. Dann wollt ihr das jetzt noch schnell machen? Erstmal sehen, wie groß die Belohnung ausfällt und was da davon noch übrig bleibt nach dem eventuellen Wagenkauf. Danach kann ich entscheiden, was ich holen muss. Dann Soryas? Ja? Es tut mir wirklich leid, wenn ich dich damit schon so früh belästige, aber wollen wir vielleicht einmal üben gehen? Ich wollte dich gerade danach fragen, da wir noch ein wenig Zeit haben, je es abends ist. Okay, ich würde sagen, gehen wir mal runter und fragen, nehmen wir, ob wir das im Hinterhof üben können. Genau so. Oh, wie ist deine Haut? Ah, das ist ganz praktisch. Stiebel, da wollte ich dich auch noch was fragen. Ja. Du hast doch eine Armbrust. Äh, ja. Kannst du mir beibringen, mit der umzugehen? Kann ich versuchen, ja. Und ich kann dir im Gegenzug eventuell versuchen, Schleichen beizubringen. Das wäre ein Deal. Dann gehen wir halt mit runter und sie üben ihre Sache und wir üben unsere. Okay. Dann auch nach unten, Leute. Ab zum Börb. Was ist denn los, Simon? Ja, der wird es immer noch am Gläser putzen. Entschuldigen Sie bitte die erneute Störung. Ah, ja. Wir wollten fragen, ob wir den Hinterhof für eine kleine Trainingseinheit benutzen können. Was wollt ihr denn trainieren? Eine geheime Technik und die beiden wollen sich beibringen, wie man schleichen kann und mit einer Armbrust umzugehen. Wird es sich da nicht besser eignen, auf das Trainingsgelände der Kaseine zu gehen? Hm. Wir müssen heute sowieso noch etwas dann hier machen. sie wissen ja Bescheid und da wäre es dämlich noch einmal wegzugehen. Ja gut, aber wenn was kaputt geht, wird es bezahlt. Selbstverständlich. doch nicht jetzt. Hm, Bibi? Gehen die jetzt raus? Wenn ja, dann würde ich gerne noch mal mit dem Wirt sprechen. Hier ist es dann auf dem Weg nach draußen, oder? Ja. Natürlich hat der ein paar Klee, Sammeln. Äh, ja. Dann drehe ich mich zu dem Wirt. Herr Wirt, können Sie mir bitte sagen, was unsere Ritterin geplant hat heute Abend? Ähm, ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass anscheinend einige Leute kommen werden und es so ich weiß nicht, eine Menge Essen für zu machen gibt, oder so. Hm. In Anbetracht der Tatsache, dass das eine Adelige ist, und wir läden Leute ein und das ist doch wahrscheinlich eine Party oder so. Oh Gott. Überfällig kann man nicht sein. Na gut, danke sehr für die Information. Ich werde versuchen, den Schaden heute Abend auf ein Minimum zu reduzieren, den die anderen anrichten könnten. Gut. Danke. Ich kratze mich an den Kopf und schüttel dir den Kopf und laufe hinterher. Penelope? Ja, Kuro? Wann hattest du vor, uns zu sagen, dass du eine Party vorhast zu veranstalten? Sobald's die wieder Meinung ist, nicht mehr traurig zu sein. Die ist nämlich dafür da, dass er nicht mehr traurig ist. Schön. Wen hast du denn alles eingeladen? Ach, nur so ein paar Leute, die ihr wahrscheinlich kennt. Hm. Das heißt... Lasst euch einfach überraschen. Oh Gott. Übertreib's bloß nicht. Ach, alles gut, es sind nicht mal zehn Leute. Hm. Das kommt nicht auf die Menge an der Leute. Es kommt drauf an, wie sie sich verhalten. Naja, das sehen wir dann ja. Kuro, ich wollte dich noch etwas fragen. Ja, der Himmel ist blau. Hast du vielleicht Lust, heute Abend einen kleinen Schaukampf abzuhalten? So lange du mich nicht in Stücke reißt. Nein, keine Sorge, wir kämpfen natürlich ohne Waffen. Mhm. Super. Du hast aber nicht vor mir dabei, die Klamotten auszuziehen oder so einen Scheiß, oder? Nein, alles gut. Ah, super. Mit vor oder nach dem du gesoffen hast? Natürlich vor. Und ich währenddessen? Äh, Gott, mir tut jetzt schon der Kopf weh. Ach, Simon. So, wollen wir dann mit der kleinen Trainingseinheit beginnen? Mhm. Wollen wir. Dann kann ich nicht ausfasen. Gegenseitig und der Hinterhof der, äh, des Gasthauses ist es natürlich, da gibt es einige Tische und Schüle und sowas. Außenbereich und so. Dann natürlich die Stelle, wo geduscht wird. Also es ist schon ein bisschen Platz, aber es besteht halt die Gefahr entsprechen, gegen Möbeljahr zu treffen, ne? Wollen wir vielleicht das Möbeljahr beiseite wollen? Yay, ein cleverer Einfall von Benelope. Aber natürlich, dann legen wir mal los. Körperkraft? Ja, dann wurscht man auf Körperkraft. Also ich finde die Ideen besser als die von Iris. Ich hab's geschafft. Ui, oh, ich hilf mit. Flori hat das recht. Und jetzt noch Stiebe? War gerade abgelenkt von Simon, was machen wir gerade? Tische wegräumen. Achso. Den Heddo freier. Körperkraft? Hast du es geschafft? Elf, äh, wie viel Körperkraft? 16 Jahre hab ich geschafft. Okay. Miau, Baby. Ach, unsere, die Abenteurerpunkte hab ich noch gar nicht verteilt, ne? Die war gekriegt haben. Ja, ich hab meine auch noch nicht verteilt, weil ich die mir aufheben wollte. Hm, ist doch klüger. Okay, dann, wir haben's alle geschafft. Ja, dann, äh, räumt ihr relativ fließend den Bereich leer und hab dann eine relativ große Fläche zum Üben. Mhm. Okay, dann. Soryas, bist du auch bereit? Bin ich. Wie genau hast du dir das nun vorgestellt? Nun, denk mal nach. Hast du irgendwelche Angriffszauber? Ich habe einen Zauber erlernt, welcher sich Windschnitt nennt. Ich denke, das wäre ein geeigneter Zauber. Okay, dann würde ich mich so ein paar Meter von dir wegstellen, so in etwa fünf Meter und du würdest dann einfach dein Zauber volle Kanne auf mich zielen. Sollte ich nicht lieber... Genau, und du trennst ihr dabei den Kopf ab. Ich verstecke mich lieber, äh, ein bisschen weiter weg. Zum Beispiel hinter Tresen oder so. Sollte ich nicht besser ein Stück neben dich zielen? Es geht doch gerade eher darum, den Zauber mit deiner Waffe zu zerteilen, nicht konkret, um dich zu verteidigen. Ich habe die Befürchtung, wenn es keine komplette ernste Gefahrensituation ist, da sie es dann nicht schaffen könnte und... Ich hoffe, du verstehst meine Sorge. Sollte es schief gehen, werde ich dich heilen. Ich werde es zumindest versuchen. Solange sie nicht tötest. Wenn sie tot ist, können wir immer noch ihre Sachen verkaufen. So denke ich nicht. So, und dann, während die beiden da hinten ihr Ding machen, wollen wir anfangen. Mhm. Dann versuche ich mal, Wünscht nennen. Ne? Mhm. Klugheit, Fingerfertigkeit, Körperkraft, ja, natürlich. Warum auch einfacher Zauber? Geschafft. Fingerfertigkeit. Ui. Ui, du bist der Meister dieses Zauber, ich sehe schon. Du schreit nicht. Klopfen, klopfen, klopfen. Oh, auch geschafft. Ui. Soviel zu, warum auch einfache Zauber? Du beherrschst ihn ja schon von der anderen rein, weißt du. Okay, also, du zauberst den Zauberwindschnitt, also ein schneidender Wind in die Richtung, in die du schießt. Also, du willst ja direkt auf TPLNP schießen, ne? Ja, hat der eins irgendeinen Effekt? Äh, ja, du zahlst weniger ASP, also. Klingt gut. Hat der überhaupt einen Taubenschlag? Statt, ich habe ja zwei bis vier ASP geschrieben, du zahlst nur einen ASP. Wow, perfekt. Und schadensrechnisch, schadentechnisch? Das ist ein Weser. Jetzt erst, äh, Zuerst einmal, bevor, äh, schadend berechnet wird, ähm, möchte ich, dass du auf exakt dieselben Fertigkeiten würfelst. Okay, was war? Klugheit, Fingerfertigkeit und Körperkraft. Okay, dann, Klugheit, bin ich drüber, Fingerfertigkeit geschafft und Körperkraft. Mhm. Okay. Ah! Also, der Zauber strift dich mit voller Wucht. Ähm, jetzt lassen noch ein D6 Wurf. Meiner, Mhm. Zauber sind schwer zu parieren, merke ich. Aber... Oh, du hast echt lang gedrückt, du kriegst einen einen Schaden. Wäre aber, wäre aber auch hart. So, ich probiere den Zauber zum ersten Mal maximaler Schaden wie so eine Witze. Meine Frage, ich habe drei Magie Resistenz, macht ihr mir jetzt überhaupt Schaden? Äh, nein. Ja, dann. Äh, ja, es geht nicht ums Parieren von dem Zauber, also, dass er dieselben Dinge würfeln muss, hat was damit zu tun, dass er es jetzt verschneiden möchte. Das heißt, du musst die Essenz deines Zaubers praktisch verstehen können. Also, Magie, wenn Magie Resistenz ein direkter Wert ist gut, dann muss ich auch nicht so viel Angst haben. Mhm. Okay, Xorias, nochmal. Okay. Klugheit. Ui. Schwinge Fertigkeit. Mhm. Beherrscht, jetzt habe ich einfach ich sehe schon. Körperkraft. Achso, bald müsst ihr ja das, das True Talent kriegen, ey. Xorias, der absolute True Talent. Xorias, der Avatar am Ende. Okay, das ist gut. Vielleicht wird der Xorias zum Avatar am Ende. Er beherrscht alle Elemente. So, ich mach dich nochmal nur eine ASP verlieren. Das ist super, Xorias. So, na dann. Warte mal, okay. Klugheit. Lass mich raten, das ist trüber. Ach, die Scheiße. Oh, okay. Okay. Löffle mal bitte O'Shaden. Wie parier ich diesen Sub am besten? Indem ich am besten alle meine Gli-Bassen zur Seite strecke. Sie versucht, ihn zu headbutten. Das ist auch eine Idee, ja. So, ich hab ein falsches Pferd eingegeben. So, ach, du machst das mit Eingeben, ja? Ich nehme diese, äh, Knöpfe hier oben links. So, ähm, also, mal gucken, wo war denn jetzt die 20? Ich hab alles verkackt und Körperkraft ist 20. Ja, ähm, bei, ja, beim Versuch, das Ding zu zerschneiden, mit deiner Sense, fällst du hin, der Zauber trifft dich am Kopf, magieresistent wird deswegen jetzt in dem Fall ignoriert, und der Schaden verdoppelt. Also, ich nehme vier Schaden. Ja. Autsch. Ist zu beleid. Alles gut. Ich schaue dir so grinsend zu und sage, du, Penelope, kann es sein, dass du eigentlich unter dem Vorwand, dass du den Zauber zerschneiden willst, einfach nur deine masochistische Art auslebst? Nein, alles gut. Los, nochmal. Bist du sicher? Ja klar, ich könnte das den ganzen Tag machen. Oder bis sie tot ist. Kuro, hast du gerade an Darkness gedacht oder so? Ja. In Ordnung, ich versuche es erneut. Bitte übernehme dich nichts. Alles gut. Ich halte das aus. Äh, zur Not kannst du nur noch heilen, wenn es zu viel Schaden ist. Das auf jeden Fall. Bevor deine ASP ausgeht. Okay. Klugheit. Ah ja. Kann auch mal fehlschlagen. Mhm. Okay. Ja, ja, natürlich. Moment. Äh, Fingerfertigkeit 8, Schande. Äh, aber kein 20er. Ich habe mich hinter Drehs versteckt, ich will es nur noch mal erwähnen. Wo hast du dich versteckt? Hinter Dresen. Bevor ihr gestartet hattet schon. Okay, also, äh, diesmal gelingt dir der Zauber nicht. Du warst zu selbstsicher nach zwei erfolgreichen, perfekten Versuchen. Und, ja, äh, du schneidest dir leicht selber die Hand, ähm, beim, beim Versuch, den Wünschen nicht auszuführen. Es ist keine, keine schwere Verletzung, dass du, hast jetzt keine, Schadenspunkte erhalten. Äh, aber, äh, genau, der kann die Hand einfach wieder zusammensetzen. Richtig. Aber, ähm, du verbrauchst vier ASP. Ist alles in Ordnung, Dorias? Mir geht es gut, aber das scheint wohl nicht so gut funktioniert zu haben. Kannst du es nochmal probieren? Ja, einmal werde ich es noch versuchen, aber dann, dann werde ich die, den Heilsauber versuchen anzuwenden. Und, dann sollten wir es heute bewenden lassen. Weiß eigentlich einer, was passiert, wenn der Heilsauber schief geht? Du hast dich geheilt. Ja, ich meine nachher. Irgendwiss, ich würde ja lachen, wenn es dann Schaden macht. Oder ihn vergiftet. Naja, das glaube ich nicht. Ja, oder die Wunde sich entzündet, ganz stark. Naja, ich bin ja gespannt. So, dann wollen wir nochmal. Wie sieht das eigentlich aus, wenn mein Charakter diesen Zauber ausführt? Welchen? Den bin ich nicht? Ja. Ja. Na ja, du tust praktisch versuchen, mit deinen Händen, so, ja, ich will jetzt nicht sagen, Kamihamiha ähnlich, aber, warum nicht so, so eine Schneidbewegung so, mit dem Arm ausführen? Ja genau, sowas ähnliches. So kann man es genau, so kann man es beschreiben. Also du machst so eine Schneidbewegung mit deinem Arm. Finde ich witzig, dass ein Blob einen Witz aber ausführt. Naja, du kannst doch, du kannst doch dein, 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 so ein Stück irgendwie, dein Arm rauswachsen lassen und dann so eine schnelle Bewegung machen. Lemuru konnte das auch. Jedenfalls möchtest du es nochmal probieren. Werde ich. Clue Cut. Aha. Fingerfertigkeit. Fertigkeit. Nee. Tja, wäre auch zu schön gewesen. Nee. aber krass. Auch nicht. Ja gut, der Zauber geht schief. Äh, diesmal nicht so sonderlich stark schief, aber auf jeden Fall funktioniert er nicht. Außer normales Luftwedeln hast du da nicht erreicht. Nichts erreicht. Viel ASP. Ha. Hm. Wirklich alles in Ordnung, Suryas? Ich scheine wohl jetzt ein wenig unkonzentriert zu werden, aber versuchen wir noch den Hals zu haben, dann denke ich mal, wird meine Energie für heute ohnehin aufgebraucht sein. Ähm. Solltest du dich aber wirklich ausruhen. Ich frage mich, was passiert, wenn man dir einen Magietrank gibt. Hm. Ich meine, wenn du deine ASP auf, also deine aus drei Punkten aufladen willst. Dann passiert was ganz harmloses. Ich werde zu einem, äh, ich habe eine magische Überladung und mal den jeder Runde Zauber. Kostet mich nix. Ganz harmlos. Ja, ähm. Habt ihr denn irgendwelche Tränke, die die Magie regenerieren? Ich glaube, wir sollten mal welche besorgen für Xorias. Mhm. Aber bei mir sieht es gerade ein bisschen schlecht mit Geld aus. Wie gesagt, erst mal gucken, was es an Belohnungen gibt. Dann. Dann können wir zu Alchemist denn. Hm. Nun dann. Dann lass mich den den Hallnerzauber besuchen. Versuchen. Ja. Wärmende Erde ist wahrscheinlich mit Hand auflegen, oder? Nicht unbedingt, nee. Aber, äh, das ist auf jeden Fall deshalb so. Das kannst du von in der Schärnung machen. Okay. Dann versuchen wir es doch einmal. Mhm. Klugkeit, Charisma, Konstitution. Kann ich den auch zerschneiden? Ich will nicht gehalten werden. Nein, rein in der Theorie. Rein in der Theorie, ja. Haben wir geschafft. Darf ich es probieren? Wenn du möchtest. Okay. Ich bin mit Zauber beschäftigt, ich kriege das nicht mit. Er hat ja auch nur in seinen Gedanken mit der Welt gesprochen. Den hast du fast geschafft. zwischen den schütteln. Der soll zerschnitten werden. Okay. Darf ich es probieren, den zu zerschneiden? Ja. Du musst nur dieselben Werte versuchen zu würfeln. Klugheit, Charisma, Konstitution. Okay, Klugheit. Dann werde ich schütteln. Charisma. Fuck. In Konstitution. Also ich hätte alles bis auf Charisma geschafft. Mhm. Die Tatsache, dass du eine Eins gewiffelt hast, sag ich, du beherrschst. Du kannst, du schaffst das. Ähm. Ja. Also, ein Licht über dir erscheint, bei dem du versuchst, das versucht, dich zu heilen. Und du zerschneiden lässt es. Das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was eigentlich gemacht werden sollte. Sorry, Benilope, wer hat den Zürn geschissen? Nein, ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, ich habe es gesagt, sie steht auf Schmerzen. Leute, könnt ihr euch nicht freuen, dass ich es geschafft habe? Du, hat es Schaden bekommen und sollte es geheilt werden. Ach, das geht schon wieder. Ja, zum Schluss bist du nur gut darin, Heilzauber zuzuschneiden. Das ist sehr praktisch, nicht wahr? Ja. Ich kann da nur den Kopf schütteln. Also, Osoma, können wir es kurz erklären, wie wir es vereinbart haben? Wenn du möchtest. Also, jetzt habe ich es quasi einmal hinbekommen. Vorher konnte ich es nicht im Kampf anwenden, da ich quasi dafür zu unerprobt war und im Kampf wäre es vielleicht zu hektisch gewesen, hätte ich das nie hinbekommen. Jetzt habe ich es einmal in einer Ruhesituation geschafft. Jetzt könnte ich rein theoretisch für diese Sonderfertigkeit AP bezahlen, also Abenteuerpunkte. Mhm. Um sie jetzt quasi von meinen Minus Acht, die ich auf diese Fähigkeit habe, auf Minus drei runter zu bringen. Ja, also anders gesagt, er kann es jetzt praktisch während dieser Sitzung benutzen, unter der Bedingung, dass es ein Minus Acht, das heißt ein Malus von Acht auf jeden Wert. Also momentan noch nutzlos. Ja, im Kampf, aber wenn ich es auf minus drei habe, wird es dann gehen, dann muss ich es mir quasi hoch kaufen. Okay, da wir das hinter uns gebracht haben, ihr wolltet mit der Armbrust üben und schleichen lernen. Ich dachte jetzt kommen so, jetzt haben wir das geklärt haben, kannst mich ach ja übrigens bezüglich deiner ASSP habe ich glaube ich nicht erwähnt, oder? Wollte ich gerade fragen. Er hatte wieder eine Eins. Du, ja, du hattest wieder eine Eins. Du zahlst zwei As. Höha, okay. Na gut. Hast du halt einfach schon drei Einsen gewürfelt, echt? Ja, ich schätze der restliche Abend wird nicht gut laufen. Dafür werde ich nur 20 würfeln. Ja, wir haben ja nachher noch einen Showkampf. Oh Gott. Ich habe meine ganzen 20er da beim Zechen. Stürfst Alkoholvergiftung oder was? Ein Tropfen und schon blau. Das kenne ich irgendwoher. Ähm, ja. Na dann. Hey Kuro, hast du Lust dann, um die Wette zu zechen? Was? Ich? Äh, nee, nee, garantiert nicht. Du kannst gerne mit den mit uns beiden. Gocke sich das an, da ist der alte Stiebel wieder. Hast du deine Armbrust dabei oder müssen wir die noch holen? Die habe ich dabei. Das ist schön. Dann können wir ja mal mit dem Schleichen anfangen. Penelope, Xorah, könnt ihr uns dabei helfen? Ja klar, gerne. Ich nehme an, wir so in Wache schieben. Also so, dass wir zumindest versuchen können, hinter euch dann würde ich sagen, wir machen das Ganze noch etwas interessanter. Oh Gott, jetzt kommt's. Und was? Ich lege mal dann vor den Eingang, quasi der wieder in die Taverne reinführt, den Dolchen, den ich mitgenommen habe von den Sklavenhändlern. Mhm, und wir sollen ihn holen, oder was? Das hier ist der legendäre Schatz des Landes. Eure Aufgabe ist es, euch an uns vorbeizuschleichen und diesen Schatz zu holen. Mhm, normalerweise verboten, da dies eure Eltern sind, die den Schatz bewachen. Mhm. Bin ich froh, dass du nicht meine Mutter bist. Das ist eine sehr interessante Kombination. Ein Schleim und eine Menschenfrau, die ein Katzenmädchen hat. Und ein Zwerg. Heißt das, heißt das, Diebel ist mein Bruder? Ja, scheinbar. Aber los. Tank an. Sturiasen, müssen wir auf irgendwas würfeln? Nein. Nein? Keine Sinneschärfe? Erstmal würfeln, die anderen aufschleichen. Hätte ich dran gedacht, hätte ich jetzt Zaubern für einen verstärkten Sinne. Das wäre toll. Fangen wir ich mal an. Mut, Intelligenz und Geschicklichkeit oder Gewandtheit? Ja, verschleichen? Ja. Schleichen ist Mut, Intuition Gewandtheit. Ja, also, okay, na, dann fangen wir mal an. Hauptsache, es klappt. Ah, Mut, jetzt habe ich. Intelligenz habe ich auch. Äh, Intuition? Ja, meine ich doch, also Schluss Gewandtheit? Mhm. Jupp, ich habe sie geschafft. Okay, dann, versuche ich mal, das nachzumachen oder dürft ihr beide jetzt noch auf so eine Schärfe würfeln. Mut, habe ich zwölf. Intuition, verkackt. Und Gewandtheit habe ich 14. Okay, das heißt, wir beide jetzt noch auf Sinne schärfer? Mhm. Was wäre das denn? Äh, Klugheit, Intuition, Intuition. Okay, dann Klugheit, mhm, Intuition, und Intuition geschafft. Und ich habe noch plus zwei über. Okay, geil. Ich habe es bei Schleichen plus zwei und, äh, Körperbeherrschung plus zwei. Hm? Hm. Hm. Ach, wenn wir das nicht hier bringen, lass es verbessern. Quasi das, was ich hin habe, macht Xorias wieder weg. Also, ich habe es mit drei geschafft. Ach, du hast bestanden? Jaja. Du hast denn eine Schärfe so hoch? Äh, Klugheit ist hoch und Intuition ist bei mir hoch. Okay, na dann. Klugheit, Intuition und Gewandtheit sind meine Stärke. Ja, mit anderen Worten, ähm, dann möchte ich bitte, dass Kuru, du würfelst jetzt noch ein D20? Ein. Mhm, einen. Okay, und jetzt ihr beide noch einmal jeweils ein? Also, Xorias und und Penelope? Okay. Gut, ihr bekommt alle beide mit. Hey, sagt mal, was wollt ihr nie? Ich hätte doch die Kehle durchschneiden sollen. Nein, Töten ist verboten. Also, soll ich dir jetzt mal vorführen, wie die Ambrus funktioniert? Ja, gerne. Ich ziele auch Penelope's Kopf und zieh die Ambrus wieder rein. War nun Spaß. Sie will. Du hast doch gesagt, kein Töten. Von Verarschen war nichts gesagt. Beim nächsten Mal, wenn du dir so einen Scherz erlaubst, dann zeige ich dir mal die Farbe von deinem Blut. Die ist sicherlich recht schön. Ein fieser Meister hat jetzt gesagt, Würfel auf Fingerfertigkeit und wenn es schiefläuft, schießt du versehentlich. Nicht bei einer Armbrust. Wenn es, keine Ahnung, eine Pistole oder sowas gewesen wäre, okay. Aber bei einer Armbrust muss erstmal der Bolzen gespannt werden. Richtig. Und man muss es anlegen und dann kann man das eventuell mal abfeuern. Aber vorher ist das Ding einfach nur nützlos. Es braucht nicht umsonst so ewig, bis eine Armbrust schießen kann. Deswegen habe ich ja nicht gemacht. Es muss noch ein Bolzen eingelegt werden, weil gespannt nützt du das Ja, Bolzen einlegen, Bolzen spannen, zielen, abfeuern. Bolzen einlegen, Bolzen spannen, ziehen, abfeuern. Erst ziehen, dann Bolzen einspannen. Achso, ah ja, genau, gut, okay, stimmt. Aber wie gesagt, das ist halt das Problem. Das sind vier Schritte für eine Armbrust, deswegen ist einfach nur Pfeil, ran, spannen und abschießen. Richtig, aber und das automatisch losgehen wäre halt wirklich nur bei einer Pistole, die vielleicht nicht gesichert ist. Da kannst du dann wirklich sagen, okay, gut, ich habe profiziert, scheiße, ich bin mit meinem Finger. Na gut, mit einem Bogen würde das auch gehen. Sagen wir mal, du hast den Bogen gespannt, nur so zum Spaß und auf einmal gleitet dir die Sehne durch den Finger. Ja, ich glaube, ich habe mich vorhin vertan. Ich habe doch gar keine Armbrust. Hättest du nicht gesagt, dass du eine Armbrust hast? Nee, das war bei Kampftalente, wo ich geguckt habe. Achso. Scheiße. Ja gut, wenn er müsste das in der Waffenliste stehen, das stimmt. Ja, und da habe ich mich vertan. Ich habe das gerade erst gemerkt. Wenn du keine Armbrust hast, dann kannst du das nicht genau benutzen. Dann machen wir jetzt einfach ein auf Time Eraser und wir haben jetzt quasi gesagt, okay, das war ein Event aus einem Paralleluniversum, so hätte es laufen können, wenn Steve eine dabei gehabt hätte. Ja. Er greift wirklich. Hat er ja keiner dabei, er hat in seinen Rucksack geguckt und merkt, verdammt, ich dachte, ich hätte einen, aber irgendwie. Ich glaube, ich kaufe mal eine, falls es mir leisten kann. Ja, okay, dann gehe ich mal schnell zum Na, Dibel hier geblieben. Das können wir alles noch morgen machen. Heute gibt es Wichtigeres. Aber Kuro möchte das lernen. Dann machen wir das waren anders. Okay, Entschuldigung. Ach, nischt. Dann wollen wir wieder reingehen? Kannst du wenigstens sagen, wenn du alles eingeladen hast? Ach, nur ein paar Leute. Seht ihr dann schon? Die Kleine aus dem Alchemieladen auch? Seht ihr dann? Wann hätte ich das gleich verbinden können, weil ich dir noch einige Sachen fragen wollte? Ja, vielleicht kommt sie ja. Gott, das hasse ich so ordentlich an. Okay, dann wollen wir wieder rein? Wie wäre es, wir stellen erstmal die Tische und alles wieder zurück. Stimmt, das ist eine gute Idee. Dann, gut, dann würfeln auf Körperkraft auf Körperkraft Ja, ja, ja. Bitte ruhig nochmal auf Körperkraft würfeln. Bitte was? Auf Körperkraft würfeln, fürs gucken, ob wir bestanden haben, jetzt beim Düde zurückstehen und Tische. Achso. Sehr ordentlich. Ja, abgestanden. Ja, okay, ihr ordnet die Tische wieder so an, bis sie vorher waren. Das Ganze hat alles in allem allerdings guten ein, zwei Stunden gedauert und ja, es wird jetzt doch schon langsam Abend und ja. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ja, dann willkommen zurück in Kastos. Sind schon irgendwelche Leute da? Äh, ja, die trudeln jetzt nach und rein. Okay, wer ist denn nun alles wirklich gekommen? Ich müsste an der Stelle leider noch mal fragen, wie du alles eingeladen hast. Also eingeladen habe ich, glaube ich, die Kleine aus der Gilde, von der wir den Auftrag gemacht haben. Marisa. Naja, Marisa habe ich auch eingeladen. Du meinst jetzt das Mädchen? Ja, das kleine Mädchen. Ja, gut, die ist schon wieder weg. Okay, die kommt Marisa eingeladen. Dann habe ich den Schmied eingeladen gehabt. Dann habe ich die Alchemisten eingeladen gehabt. Und dann hatte ich noch die Person aus der Kaserne eingeladen gehabt. wenn es noch drei. Ja, insgesamt sind wir dann also zu siebt. Ja. Gut, ähm, mittlerweile ist der Schmied und die Gilden Angestellte da. Die sich bereits an einen Tisch gesetzt haben. So, da sind schon die ersten Leute da. Wollen wir uns einfach zu ihnen dazusetzen? Können wir gerne machen. So, guten Abend. Freut mich, dass ihr gekommen seid. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Grüß Tags. Also, wie gesagt, wir werden jetzt dann wahrscheinlich auf morgen eine längere Zeit nicht mehr hier sein und wir wollten uns einfach nochmal ordentlich verabschieden hier mit einer kleinen Feier. Das klingt doch super. Wie gesagt, ich habe insgesamt ein Gold von mir selbst noch hinterlegt. Das waren ziemlich meine letzten eigenen Ersparnisse. Das dürft ihr heute Abend alle versaufen und vertrinken und veressen. Was weiß ich. Mal gucken, ob das überhaupt reichen wird. Aber du hast versprochen, dass ich der Zwerg steht dann auf, geht zum Wirt und nach einem kurzen Gespräch geht der Wirt in den hinteren Bereich des Ladens und holt ein großes Bierfass und der Zwerg nimmt einfach das ganze Bierfass. Ich gehe auch zum Wirt und sage, ich möchte das wie der andere Zwerg. Ja, dann teilst er einfach. Er wollte sowieso noch das halbe trinken. Aber doch, halbes kannst nicht in ein Glas füllen. Ich werde aber ein Ganges Sitz. Okay. Der Wirt geht wieder nach hinten und holt noch ein Bierfass, das er dir dann entgegenhält oder stellt. Dann nehme ich das Fass. Währenddessen kommt dann die kleine vom Alchemieladen rein. Oh, hi. Freut mich, dass du gekommen bist. Ja, hi. Ah, das trifft sich gut. Dann brauche ich morgen nicht in den Laden kommen. Oder vielleicht doch, das werden wir sehen. Wie setzt dich der Mitte an den Tisch? Guten Abend. Guten Abend. Wer sitzt links und rechts neben der kleinen aus dem Alchemieladen? Du sitzt links von ihr und rechts davon sitzt die Gilder Angestellte. Gut, also brauche ich mich nicht umsetzen. Das ist schon mal gut. Ist noch ein Platz neben der Geden Angestellten frei? Äh, ja, also musst du aussuchen, ob du dich da hinsetzt oder der Zwerg, der andere. Ich. Okay. dann dann sitzt der Zwerg zwischen dir und Xurias. Ich frage den Zwerg freundlich, ob sich Xurias neben mich setzen darf, falls Xurias das dann möchte. Natürlich, vor allem nicht. Wie der Zwerg mitringt aus meinem Fass. Ah, okay. Der Zwerg nickt und hab ich sowieso mehr Platz für meinen Fass. Setzt sich dann neben Penelope. Ah, hi. Ich sitze dann da und hab zwei so Fässer vor mir auf dem Tisch. Kriegt dann auch mal teil. Die Frage, sind die Fässer größer als die Zwerge? Ja. Dann sollten jetzt eigentlich alle da sein, gell? Ja. Der Zwerg tut sich schon aus dem Fass ein paar Gläser rauszapfen, die er dann eilig hintereinander wegkippt in seinen Rachen. Kuro? Ja. Lass jetzt wieder von bevor wir zu sämtlichen anderen Angelegenheiten kommen, wenn wir die Hauptattraktion des heutigen Tages verkünden. Oh Gott, von mir aus. Kuro und ich wollten einen kleinen Schaukampf für euch machen. Von Wallen ist ihr keine Wälder. Es ist aus ihrem Mist gewachsen. Ach komm, ein kleiner Schaukampf gehört doch dazu. Ich hab doch gesagt, du stehst auf Schmerzen. Nein, es werden keine Schmerzen hinzugefügt. Wer zuerst am Boden liegt, hat verloren. Wollen wir vielleicht alle in den Hinterhof gehen? Wieso jetzt nochmal raus? Wir haben doch gerade erst die Tische zurück geschoben. Ja, da wird doch genug Platz sein für den Kampf. Können wir das nicht hier drin machen? Ist nicht noch Platz da? Ist genug Platz? Es wird schon genug Platz sein für sowas. Okay, na dann. Wenn es jetzt kein super ausschweifender Kampf wird. Wenn ich sage, dass ich ein paar Gläschen trinken will, muss ich dann würfeln auf Zechen? Ja, wäre ganz gut. Okay. Ihr dürft euch übrigens schon gerne nebenbei Essen bestellen, das wird dann sicherlich auch bald kommen und natürlich trinken so viel wie ihr wollt. Wie sind das? Ich hätte doch hier Intuition, Konstitution und Körperkraft. Ah, Zechen plus sieben, okay. Gut, was achtest du? Intuition, Konstitution und Körperkraft. Das habe ich minus ein verkackt. So, das nächste verkackt. Und Körperkraft verkackt. Nee, geschaut. Körperkraft bestanden, weil ich bloß nicht habe. Moment mal. Was war der zweite Wert? 19. Konstitution. Konstitution 12. Mit plus sieben, ich glaube, dann habe ich das verstanden. Komplett verbraucht. Ach, das geht nur einmal? Ja, das geht nur einmal. Du hast insgesamt dann plus sieben, die du zum Ausgleichen hast. Ja, aber bei Intuition hätte es eh nicht gereicht. Da habe ich es nicht genommen. Dann kann ich es eigentlich nur bei Gewand teilen. Okay. Ja, du hast es aber, wenn du es bei Intuition nicht geschafft hast, hast du dann Intuition nicht bestanden. Ja. Intuition konnte ich sowieso nicht bestehen, weil da habe ich sieben und das war 15. Also war von vornherein klar, nicht bestehen. Ja, das hättest du rein theoretisch dann wenn es 14 gewesen wäre, hättest du es mit deinen sieben ausgleichen können. Ja, aber so wäre es nicht sinnvoll, das zu machen. Und die 19 kannst du dann auch nicht ausgleichen. Jedenfalls du bist dann am trinken, aber du hältst nicht lange durch. Scheiße. Und ich dachte, ich schaffe das mit meinem Zechen auch plus sieben. Oh Mann, und der Abend war nur für Steve gedacht, damit es dem besser geht. Geht's doch, die Frage ist, ob es morgen früh dann gut geht. Okay, dann, wir kämpfen natürlich ohne Waffen, ich stelle dann meine Sensor ab. Ich ziehe meine zwei Dolche hinten raus. Ich habe keine Alkoholvergiftung, Osoma. Nein. Du hast keine Doppelzweckung. Du bist nur sehr beschwipst. Okay, dann. Wollen wir anfangen, Kuro? Na gut. Gibt's irgendwelche Regeln? Wer zuerst am Boden liegt, hat verloren. Pass auf, wo ich dann schon jetzt weg bin? Natürlich pass ich darauf auf. Heißt das, es gibt keine anderen Regeln? Nun denn, natürlich, es wird ehrenhaft gekämpft. Du weißt schon, dass Ehre für jeden anders ausgelegt wird, oder? Meine kleine Retterin? Keine direkten Schläge in die Augen oder Genitalien. Sonst noch was? Sobald einer am Boden liegt, ist verloren und es darf nicht nachgetreten werden. Alles klar. Das wär's. darf nachgeschlagen werden. Nein. Ja, also alle schauen euch gespannt zu. Dann auf Initiative würfeln? Mh, ja, könnt ihr machen. D20 wieder? D6. Ne, D6 ist. D6? D6 pro Initiative plus 1 D6. Okay. Was für eine Art Kampf wird das jetzt? Showkampf. Also, quasi nur Ringen und Raufen. Was habt ihr denn als Initiative? Die Ausdauer. Also, ich habe jetzt 13. Warte mal, Initiative, Basis, Herz, hab ich 14. Wenn ihr jetzt die 3 dazuzählen ansonsten, hab ich 14. Du hast 14, wenn die 3 dazuzählen. Dann bist du schneller. Mh, mh. Das heißt, du darfst die erste Aktion durchführen. Okay. Ich habe ja meine Tasche dabei, ne? Mhm. Ich greife in die Tasche, ziehe den Behälter mit dem Lampenöl und kippe es ihr vor die Füße. Es hieß ein Faustkampf. Das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt ein Schaukampf. Ja, okay. Ich habe dich extra noch gefragt. Also, sprich, ich habe das Ding vor den Füßen geschmissen und die Füße sind jetzt voll mit Lampenöl. Mhm. Und dafür ist deine Aktion draufgegangen? Ja. Hm. Du darfst den Penelope. Okay, wenn du mir so kommst, dann greife ich auch um meine Tasche und möchte Kuro den Verband ins Gesicht werfen, einen meiner drei während ich auf sie zustürme und zu Boden ringen will. Ähm, okay. Du willst also sie zu Boden ringen. Ähm, dann würfle bitte auf. Ähm, ähm, Auf Athletik. Athletik? Ist es noch ein bisschen verschwert, weil sie jetzt nur mal Öl an den Füßen hat? Ja, Und wie viel? Drei. Okay, dann Athletik sind welche Werte? Gewandtheit, Konstitution und Körperkraft. Okay, Gewandtheit, Konstitution und Körperkraft. Mhm. Alles mit Bravour bestanden. Jetzt ist die Sache plus drei, musst du da auch überall bestanden. Verdammt. Ähm, okay, gut, dann fällst du schon mal nicht hin. So, äh, als nächstes was hast du gesagt, machst ringen. Möchte ich dir auf den Boden ringen. Okay, ähm, gab's für ringen auch ein Talent? Ring haben wir ja als, als, als Kampfdings, ne? Raufen und ringen sind beides Kampftalente, ja? Also, also, einfach praktisch, ja, mit Attackebasis, Paradebasis, oder wie? Genau, da hast du in der Regel, äh, genauso die Punkte drauf verteilt. Gut, dann wirft er bitte auf Attackebasis. Oh, äh, da fällt mir auf, da hab ich die Punkte noch gar nicht drauf verteilt, aber das mach ich schnell, okay? Das ist bei Waffenloser Kampf. Jaja, alles gut. Dann hab ich das jetzt bei Attackebasiswert plus 5 eingeteilt, auch quasi alles, was ich habe. Okay. Also, Attackebasiswert, hab ich damit bestanden. Okay, ähm, weiß jetzt nicht, weißt, weil, wisst ihr noch, wie das ist? Das ist mit dem Ringen jetzt mit wegen, wegen Ausdauer. Das geht auf Ausdauer. Das ist 1v6 Ausdauer, glaub ich. 1 oder 2? 1er, müsste es sein. Das müsste 1v6 gewesen sein, ja. Okay, dann mach 1v6. Würde ja passen bei solchen Kämpfen. Okay, dann 4 Ausdauerpunkte. Wie viele hast du, Kuro? Ich? 25. Okay, dann hast du jetzt 23. Meinst du nicht 21? Hab ich da jetzt 4? Hattest du nicht 23? Ich brauch 23, verstanden. Ich hab 21 gesagt, tut mir leid, es kam dann falsch an. Wir haben 23 verstanden, Dann hab ich noch 21, alles klar. Genau. So, und dann würfle mal bitte... Äh... Ne, wirf noch gar nichts dafür. Okay, dann ist deine Aktion. Mhm. So, jetzt meine Aktion, ne? Mhm. Penelope, liegt die jetzt auf mir drauf, oder wie? Naja, sie hat dich gepackt, so. Mhm. Versuch dich halt runterzuringen, du stemmst dich dagegen. Ja, also sprich, die hat mich jetzt um, um, mein Torso, um meinem Rumpf, hält die mich jetzt fest, um mich runterziehen, oder wie? Ja, denke schon. Mhm. Dann fass ich, also so, sprich ich fass über sie drüber, und um ihre Brust, und werde versuchen, sie hochzuheben, und über mich drüber zu schmeißen. Also, so wie beim Wrestling halt, wenn du so gepackt wirst, über meinen Rücken drüber schleudern. Okay. Bitte bedenke, ich wiege 77 Kilo, und trage Rüstung. Ja, aber, es ist ja als Hebel, und du bist ja extrem niedrig, und dadurch noch Schwerpunkt. Man kann's ja probieren. Ob's klappt, ist es was anderes. Hiecht das nicht sogar der German Suplex oder so? So in etwa, ja. Naja, jedenfalls, ähm, für dich, für das möchtest du bitte auch auf Ringen würfeln. Mhm. Das ist dann... Ein bisschen erschwert, wegen Gewicht. Ja. Also, Attacke, Basiswert, und erschwert im Plus 2. Mhm. Und was war das jetzt noch mal? Oder was muss ich mir mal eintragen, dass ich das dann weiss, mit dringend Zukunft? So, und was war das noch mal? Einfach nur Attacke, Basiswert. Ach, nur Attacke, Basiswert. Das ist quasi ein Zweier-Schwert. Mhm. Mhm. Warte mal, Attacke, Basiswert. Was war das denn? D6 oder D20? D20. D6 wäre einfach. Wird es dir immer gewinnen. Oh Gott. Okay, das, äh, du, du schaffst es nicht, sie anzuheben. Mhm. Gut. Dann, würde ich sie natürlich weiter zum Boden ringen wollen. Okay, da du, ja, praktisch den Griff immer noch fest hast, würde ich sagen, würfelst du jetzt einfach nochmal einen D6. Okay, damit bist du auf 17. Ich möchte, dass du jetzt einen D20 würfelst, und wenn du über 17 bist, dann wirst du zu Boden gerungen. Ich jetzt? Mhm. Wenn ich über 17 bin? Ja. Okay, du wirst noch nicht zu Boden gerungen. Dann hast du wieder eine Aktion. Dann, würde ich versuchen, sie trägt eine Rüstung, aber auch was soll's, ihren Rippen zu treten. Okay. Weil sie ist ja noch so immer relativ weit unten, da kann ich dann mit meinen Beinen zutreten. Dann... Jetzt wieder ein D20 auf Attackebasiswert, oder was? Ja. Mit Raufen. Naja, das... macht einen Attackebasiswert von 8. Na los, komm, geh zu Boden. Ich weiß doch ganz genau, dass du hier noch keine Erfahrung gesammelt hast. Ja, dein Dritt war nicht stark genug, er prallt deine Rüstung ab. Ist ja irgendwie klar, ich trag eine Lederrüstung und sieh eine Ritterrüstung. das ist ja wohl klar, was da passiert, oder? Mhm. Halt die Klappe, Blechbüchse, hättest du deine Scheißklamotten nicht an, würde es anders aussehen. Ach, sei dir aber nicht so sicher. Ich rück's nie weiter zu Boden. Wie war das? Ich bin nur betrunken oder am Schlafen? Du bist betrunken. Kann es sein, dass ich dann die Situation verkenne aufgrund meines Zustandes und dann Kuro helfen will? Nein. Das hat vorher gar gesagt. Dann wurde vorher gesagt, du kannst aber so hu 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 yeah ausziehen oder so'n Scheißruf. Okay, dann halt so was. So, äh, dann wirf dir mit ein D6. Ja, jetzt. Immer noch, äh, kenne ich oder fähig. So, dann würfelst du jetzt ein D20 und wenn du über 14 bist, dann fällst du zu Boden. Hör ich? Mhm. Okay. Okay, du fällst immer noch nicht zu Boden, nur hast du wieder ne Aktion. Ach, komm, du bist echt hartmöglich für deine Größe. Kuro, zieh sie aus! Äh, wenn das gehen würde, würde ich's tun. Ähm, mal überlegen. Kopfbesuch und Rüstung. Ähm, das hieß ja nicht in die Augen, ne? Mhm. So, und ihr Kopf ist bei mir anderer Seite gepresst, würde ich mal sagen, ne? Mhm. Dann würde ich ja noch versuchen, auf das, auf die Körperhälfte, die nicht an meinen, an meinen Torso gedrückt ist, mit der flachen Hand aufs Ohr zu schlagen. Ich trage auch einen Helm. Was? Ja, ich trage einen Helm. Oh Gott. Dong! Dann schleich halt, dann schleich halt mit der Faust zu, auf den Helm. Verdammt. Okay, dann... Wie unfair ist das denn? Er hat vorher was sagen können, also. Attacke Basis-Wert. Wieder ein D20, woher? Ja, wieder für Raufen. Äh, wieder, ja, wieder für Raufen. Hm, schon wieder nischt. Man, ey. Ich hab halt nur acht Attacke Basis-Wert. Hm. Weißt du... Mit Raufen. Das ist ungünstig. Ich bringe die weiter zu Boden. Du weißt wirklich nie, wann genug ist. Ich hab gedacht, der Kampfjahr wär spannender, aber du bist einfach nur lästig. So, das müsste jetzt auf 11 sein. N1-D20, und wenn's höher als 11 ist, bist du... ...runken. Meinst du mich jetzt, oder wie? Ja, ja. Nach wie vor. Oh, Gott. Na ja, jetzt fliege ich auf der Nase. Ja. Ja, jetzt, jetzt, jetzt kannst du dich nicht mehr halten, und... ...und... 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 ...ist du... ...Bacuco? Nein. Ja. Störbt, ihr verdammten Keime! So. Nusslos, 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 nusslos! Kitat von Darth Vader. Mhm. So, und das heißt, sie liegt jetzt auf mir, oder? Mhm. Ah. Ähm, ja, also damit ist der Kampf für Penelope entschieden. Ich steh auf und reich Kuro ne Hand zum Aufstehen. Hm. Ich schlag die Hand weg und steh von alleine auf. Ja, das muss nicht angefressen sein. Es war trotzdem ein toller Kampf auch. Wenn ich mir gewünscht hätte, dass er etwas länger gegangen wär und ein bisschen mehr Abwechslung drin wär. Dann hättest du deine Rüstung ausziehen soll. Willst du es noch mal probieren? Nein, danke. Ich hab die Schnauze voll. Ausziehen! Dann zieh dich selbst aus. Äh, hast du, äh, hast du, äh, der Dingtrenner, hast du deine Ausdauer auf 11 runtergesetzt, oder? Ja, ich hab's mir aufgeschrieben. Okay, gut. Ich würde dann auch einfach nur, weil's angemessener ist, weil ich trag ja noch normale Klamotten unter meiner Rüstung, die einfach jetzt ausziehen und zu meiner Sense dazu tun. Mhm. Na gut, ansonsten, der Wirt bringt Essen und, äh, für jeden. Und, ja. Ich hoffe, ich hoffe, euch hat wenigstens der Kampf gefallen. Na ja, war recht einseitig, ne? Schon ziemlich gemein, wenn so eine fast zwei Meter Frau zum kleinen Katzenmädchen kämpft. Na ja, sie hat ja nicht zustimmen müssen. Dann hättest du nur rumgejammert. Das stimmt. Seht ihr? Nun denn, Marisa! Ja? Du, sagtest etwas von einer Belohnung? Das ist richtig. Ich wollte bloß was, dass ihr jetzt alle soweit seid. Ähm, Ja. Aha. Also Marisa hat neben sich eine Tasche und greift da rein und man hört schon das Klümpfern, als sie einen Goldbeutel herauszieht und den auf den Tisch packt. So. Ähm. Das ist, äh, die Belohnung. Also, das sind 120 Gold. 120? Ja. Dann greift sie wieder in die Tasche und holt noch so einen Beutel raus. Für jeden. Und greift noch zweimal in die Tasche und holt noch jeweils zwei Beutel raus. Marisa! Wow! Ich hab eine Frage. Wer ist denn der so große Wolltäter? Könnte das sein? Ist das von Ihnen? Hm? Nein. Hm. Schade. Hm. Ähm. Marisa, ich hatte da mal eine kleine Frage. Ja? Was gibt's? Kann man hier irgendwo in der Stadt einen Planwagen kaufen? Äh, Natürlich. Ähm. Der Tierhandel hat auch Wagen im Angebot. Hm. Die Gilde eventuell auch? Ähm. Naja, wir haben nur unsere speziellen Wagen für unsere eigenen Transporte. Also nein, wir kaufen keine. Gut, das war ja nur ne Frage. Hm. Okay, aber bevor wir es jetzt vergessen, Leute, ich hatte mir heute etwas Geld von euch geliehen. Ich greife da mal in meinen Goldbeutel. Kuro, hier, zwölf Goldtaler für dich. Danke. Xorias, acht für dich. Danke. Und vier für dich, Stivel. Danke. Also das heißt, ich hätte jetzt noch 97 Goldtaler übrig. Mhm. Ich entschuldige mich vielmals, dass ich das Geld von euch geliehen habe. Es war definitiv unter meiner Würde, aber meine Sinne war so sehr abgenutzt und meine Rüstung auch. Ich wusste nicht, dass wir heute tatsächlich noch Geld bekommen würden. Tja. Ich werde nach jeden Fall demnächst eine Armbrust holen. Mhm. Mach das. Ich weiß definitiv schon, wofür ich dieses Geld benutzen werde. Oh ja, ich auch. Aber natürlich müssen wir dran denken, bevor wir unsere Sachen alle kaufen gehen sollten, sollten wir erstmal den Wagen besorgen. Nicht, dass wir nachher unser gesamtes Geld ausgeben und dann nichts mehr für den übrig haben. Aber, Marisa? Ja? Haben Sie noch Kontakt zu den kleinen Mädchen? Äh, nein. Nicht wirklich. Warum? Das ist schade. Ich hätte ihr sonst das Geld überlassen, das Restliche. Keine Sorge, sie hat Unterstützung bekommen. Die Adligen, die das Geld praktisch ausgegeben haben, sind dann mit ihr zusammen in ihr Heimatdorf gereist. Genau, das ist gut. Sie würde vielleicht sagen, welche Adligen das waren? Äh, ich weiß ihren Namen nicht. Aber es war auf jeden Fall ein Mann und eine Frau. Das waren vielleicht ihre Eltern? Das denke ich halt auch. Okay. Das wäre aber ziemlich untypisch für sie. Hm. Da wir ja jetzt schon mal einmal hier sind, Marisa, ich habe da noch eine nicht gerade schöne Neuigkeit. Ja? Betreffs der Sklavenhinder. Ich weiß nicht, ob Penelopeda schon gesagt hat, aber die scheinen zu einem Verbrechersyndikat zu gehören. Achso, und? Namens Black Hands. Das haben wir, hat uns der eine freiwillig erzählt. Du meinst schwarze Klinge. Oder so. Ja, der ist mir verkehrt aufgeschrieben, oder? Ja, der ist mir verkehrt aufgeschrieben. Na gut, schwarze Klinge dann. Ja, dann, schwarze Klinge. Oha, das ist eine ziemlich gefährliche Bande. Also, wir machen einen Plan. Klaus Diebel, trink noch ein bisschen was. Ich rinke weiter. Ja. Und, ich möchte anmerken, ich bin die einzige Person am kompletten Tisch, die ihr Bier nicht anrührt. Woher willst du wissen, dass ich mein Bier angerührt habe? Nein, ich werde es gar nicht anrühren. Woher willst du wissen, dass ich überhaupt ein Bier trinke? Hat die Kleine aus dem Alchemieladen eigentlich einen Namen? Ja. Den haben wir noch nie abragt. Na, dann mache ich das jetzt. Ich drehe mich zu der Kleinen aus dem Alchemieladen. Wie heißt du denn eigentlich? Ich? Mana. Alles klar. Mana, ich würde gerne ein bisschen mit dir reden, aber vorher, möchtest du irgendwas trinken? Ähm, naja, mhm, eigentlich nicht. Ich, ich kann die meisten Dinge selbst mixen und die habe ich vielleicht schon getrunken. Tut mir leid. Naja, gut, dann lassen wir das halt. Ich hätte ein paar Fragen bezüglich Gifte. Okay. Und zwar, die Gifte, die es so gibt, kann ich die auch auf Lebensmittel verteilen. In Getränke. Warum sollte das nicht gehen? Gut, jetzt eine andere Frage. Wie sieht denn das aus, wenn ich die jetzt verbrennen würde, würden die Dämpfe den gleichen Effekt haben? Hm, nicht unbedingt. Das ist nicht bei allen Giften. Bei manchen schon, aber nicht bei allen. Weißt du, welche Gifte ich, wenn ich die verbrenne, den gleichen Effekt haben? Also, das Ei durch das Einatmen. Naja, manche, ähm, tödliche Gifte würden eventuell ebenfalls einen ziemlich giftigen Effekt als Rauch haben, aber ich denke, solche Dinge wie Lähmungsgifte werden wohl nicht funktionieren. Sonst noch eins? Alles klar. Nein, ich bin noch am überlegen. Gut, das war's erst mal. Bekomme ich das? Sprech mir. Du bist, du sitzt hier mit am Tisch, ja. Und wenn du die Gifte nicht verbrennst, sondern in einer Flüssigkeit erhitzt, dann werden sie doch zu dampfen. Hm. So, Rios, was passiert denn, wenn man dich erhitzt und kocht? Das möchte ich ausprobieren. Siebel, dann würde er sterben. Oh, das ist unschön. Das ist aber eine gute, gute Überlegung. Wie wäre das halt, wenn wir das in der Flüssigkeit geben und verdampfen lassen? Oder direkt die Flüssigkeit verdampfen? Obwohl, das mit dem Feuer sollte ja eigentlich auch das Verdampfen bewirken. Naja, nicht ganz. Normalerweise kann es durchaus sein, dass, je nachdem, wie das Gift zusammengesetzt ist, ist es einfach bloß der Wasseranteil praktisch verdampft und letztendlich die giftige Substanz übrig bleibt. Oder, aber, ja, es kann auch sein, dass es gar nicht erst verdampft, wenn es keinen Siedepunkt hat. Nicht alle Materialien haben Siedepunkte. und, ja, äh, bei manchen könnte es vielleicht funktionieren, aber ich denke, das sind alles Dinge, die man selbst austesten müsste. Mhm, also gut, dann muss ich das also alles testen. Falls ich das rauskriege und dir die Information gäbe, würde dir das was wert sein? Naja, ich würde auf jeden Fall was dafür zeigen, ja. Oh, das ist gut zu wissen. Andere Sache, verkaufst du auch unterschiedliche Öle bei dir im Laden? Also jetzt so, weil ich hatte ja versucht Penelope zum Stolpon zu bringen, aber Lampenöl scheint nicht besonders praktisch dafür zu sein. Gibt es vielleicht irgendein Öl, was, wenn man das auf den Boden kippt, extrem rutschig ist? Natürlich, davon habe ich sicher ein paar. Mhm, mhm, mhm. Gut, das ist gut zu wissen. Ah ja, ich habe ja noch Geld, dann werde ich morgen mal bei dir einen Großeinkauf machen. Apropos morgen. Wollen wir einteilen, wer was besorgt? Erst die Kutsche und dann ja, können wir gerne machen. Okay. Ich gehe zum Bar, äh, ich stehe kurz auf, entschuldige mich und gehe zum Barkeeper. Herr Wirth? Ja? Ich hätte gerne einen Krug Wasser. Für mich bitte auch. Zwei Krüge Wasser. Kommt sofort. Danke. Hm, da habt ihr wohl. Reiche geht dann kurz an, ja, an einen Schlauch und füllt dann zwei Krüge Wasser. Nun, ich trinke kein Alkohol. Ich trinke schon, aber nicht heute. Kleine Frage an unseren Meister. Ja? Thema Giftresistenz, was genau bewirkt diese? Hm, ja. Giftresistenz funktioniert so, dass halt, äh, giftige Substanzen entweder schwächer sind oder halt gar keinen Effekt haben, je nachdem wie hoch das ist, wie gut das wird. Ähnlich wie bei Magieresistenz, ne? Hm, ja, so ein bisschen. Die Sache ist jetzt... Es kann also auch sein, dass die Giftresistenz dann für bestimmte Gifte ist, das heißt, wenn man halt dann mit diesen Giften konfrontiert wird, könnte man vielleicht zum Beispiel gar keinen Effekt und bei anderen aber schon und da wirkt es dann gar nicht, je nachdem, ob man halt eine spezielle Giftresistenz oder eine allgemeine hat. Hm. Mir kommt es nur gerade in den Kopf, weil wir ja gerade über Gifte gesprochen haben und beim letzten Mal, als wir gegen diesen Bären gekämpft haben, war doch der Plan, dass man mich mit diesem Paralysegift in Verbindung bringt und mich dann auf den Bären wirft. Mhm. Die Sache ist jetzt die, könnte ich mit einer Giftresistenz von 10 nicht theoretisch die Effekte des Giftes nutzen, ohne dass sie mir Schaden zufügen? Ja. Das ist korrekt. Okay. Dann. Wer hätte ich gesagt, könnte man das Ganze doch mal für vernünftige Dinge einsetzen. Akuro. Jo. Welche Arten Gifte trägst du aktuell mit dir? Paralysegift. Noch zwei Flaschen. Kennst du dich mit weiteren Giftarten aus? Ja. Ehrlich gesagt, wenn du jetzt wirklich ziemlich viel über Giftarten und so reden möchtest, dann würde ich sagen, dass du mit der jungen Dame neben mir sprichst. Mana. Genau. Ich glaube, Mana kann dir darüber mehr erzählen als ich. Ich weiß nur, wem man sie anwendet noch. Sie weiß, wie sie hergestellt werden. In Ordnung, ich dachte, nur dann wissen wir die weiterreichen, da du die Gift ja bereits praktisch einsetzen konntest. Ja, wie gesagt, ich benutzen kann ich sie. Herstellen ist noch eine andere Sache, aber ich versuche es zu lernen. Aber wie gesagt, sprich mit Mana. Ja, Mana. Ja. Welche Arten Gifte werden in deinem Laden angeboten? Nun, es gibt ich habe so in meinem Laden drei verschiedene Giftsorten. Es gibt mehr Sorten, aber ich habe halt nur drei und das sind halt Paralyse-Gifte, Gifte, die halt Schmerzen versuchen, also auch tödliche Gifte, besser gesagt, und zu guter Letzt noch sinnesbehindernde Gifte. Sinnesbehindernde Gifte? Ja, die dann zum Beispiel halt Geruchssinne oder den Sehsinn blendend oder sowas. Dann ich würde nur gerne, nachdem nun doch ein paar mal mit meiner Eigenschaft in Bezug auf Flüssigkeiten experimentiert wurde, würde ich einmal gerne testen wollen, wie verschiedene Gifte auf mich wirken. Okay. Mana, hast du dann zufällig auch noch Gegengifte da, falls das schiefgehen sollte? Natürlich, für alle Gifte, die ich besitze, habe ich auch Gegengifte. Das ist gut. Andere Sache, Mana, gibt es auch sowas wie Gifte, die jemanden einschlafen lassen oder die jemanden wild werden lassen? Ja, aber die habe ich nicht im Angebot. Ja, aber es gibt solche Gifte schon mal, das ist schon mal gut zu wissen. Zumindest nicht in dieser Stadt. Da kommen wir gerade so ein paar richtig schöne Ideen. Mana, hast du Schwestern, die genauso aussehen wie du in anderen Städten als Alchemisten? Nein. Wo kommt das denn jetzt her? Warum fragen sie sowas? Naja, das interessert mich jetzt. Wie meinst du denn das? Weil jemand mag gleich außer für in dieser Stadt im selben Beruf. Hä? Xorias, du warst mit ihm unterwegs, weißt du, was er da redet? Nun ja, wir waren in dieser anderen Stadt und auch da gab es einen Alchemieladen und die Person, die dort hinter dem Thesen stand, sah unserer Mana hier sehr ähnlich. Das liegt daran, dass es dieselbe Person war. Wie ist das möglich? Ich besitze eine Magieform, die mich im ganzen Land Läden hat lassen und ich bin praktisch überall in allen Läden gleichzeitig. In dieser Stadt habe ich zum Beispiel solche Gifte nicht im Angebot, aber in anderen Städten schon. Warum? Das heißt also, während du hier sitzt und mit uns redest, verkaufst du in irgendein anderen Laden eventuell gerade Heiltränke oder Gifte. Richtig. Mana. Mir tut der Schädel weh. Das bedeutet, du bist eine Hochmagierin? Ja, das könnte man so sagen. Die Talismane. Entschuldigung, du hat mich gerade vollkommen erschreckt. Leute, die Talismane. Ich sehe eine neue Chance. Ich gebe ihr den Talisman. Meiner betrachtet den Talisman seinen Moment lang Das ist starke Magie. Wirklich starke Magie. Vielleicht kann ich sie zerstören. Wirklich? Das wird aber einige Tage dauern. Wir können aber nicht hierbleiben. Mana, kannst du sagen, was die genau bewirken? Das hatten wir doch schon, Stivel. Ja, aber sie ist eine Hochmagierin, die kann das vielleicht genauer sagen. Nun, ist das ein Bindungszauber und ein Rohre Unlosigkeitszauber. Ich habe diese Magie schon mal irgendwo gesehen. Und wo? Naja, auch bei anderen Abenteuern. Ihr seid nicht die Ersten, die solche Talisman besitzen. Naja, besitzen nicht unbedingt. Sie wurden den beiden ja aufgedrängt. Ja, das wurde den anderen auch. Sind die anderen Abenteurer die auch wieder losgewogen? Nicht wirklich, nein. Die meisten konnten nicht lange genug bei mir bleiben, dass ich die Talisman zerstören konnte. Wie wäre das jetzt, wenn man die sozusagen künstlich in Schlaf vorsetzt? Würde das was dafür sorgen, dass die eventuell länger an einem Ort bleiben könnten? Nein, nicht wirklich. Danke für den Vorschlag, aber und wenn man die in Käfige einsperrt und einschläfert, würden sie das überleben? Nein, einschläfer nicht. Das größte Problem, was ich dabei sehe, ist einfach die Schmerzen, die ihr dadurch erfahren werdet und wir werden es auch auf eine andere Art und Weise schaffen. Vielen, vielen Dank, Mana. Ich verstehe mich glaube ich etwas falsch. Es ist nicht so, dass das ist Hinsicht so lange dauert, dass ihr an Schmerzen sterben würdet. Die meisten Abenteurer wollten nicht so lange warten, weil sie dachten halt, dass sie auch loswerden könnten, wenn sie ein bestimmtes Monster töten und sind dann halt relativ bald losgezogen. Zufällig ein Monster in einer Höhle? Ja. Das ist kein gutes Seichen, das Problem immer noch besteht. Wir sind ein Plot. Wir könnten es schaffen. Als wir die Teile des Meidals bekommen haben, waren wir nur zu zweit. Von daher würde man uns natürlich anders einschätzen als jetzt. Das ist natürlich jetzt auch eine Sache. Manna, wie viel Abenteurer waren es denn immer, die gekommen sind? Zwei? Vier? Ach? Ja, das ist unterschiedlich. Teilweise einzelne Personen, teilweise waren es Gruppen von bis zu zehn Leuten. Und hatte jeder von denen ein Amulett oder hatten das nicht alle? Nicht immer alle. Wie viel war die Höchstzahl? Sechs. Nicht gut. Nicht gut. Nein. Okay. Was könnte man denn machen? Na gut, dann werde ich morgen wohl mal noch Kara einen Besuch abstatten müssen. Das war echt sehr schön. Das war der lange Tag. Aber spätestens morgen Abend werden wir uns wahrscheinlich wieder auf den Weg machen müssen. Hm. Also muss ich mich beeilen. Und Marner, du dachtest, du würdest das in der Zeit, bevor ich wieder weg muss schaffen? Nun, ich könnte diese Talismane vielleicht innerhalb von schätzungsweise drei Tagen zerstören. Das heißt, ihr müsst drei Tage an einem Ort verweilen, wo ich bin. Es müsste ja nicht hier sein, wenn ihr jetzt so weg müsst. habe euch ja gesagt, ich bin in jeder Stadt, in der es ein Archimiladen gibt. Es ist aber die Sache, du brauchst dir die Amulette bei dir, nicht? Ich bin in jeder Stadt. Ja, ich meine, aber wenn wir jetzt hier wegfahren und dann dort in die nächsten Stadt zu dir kommen, dann sind es ja wieder dort drei Tage, oder? Das ist richtig, aber P, was sagst du dazu, dass unsere nächste Anlaufstelle ist? Also grundsätzlich möchte ich sagen, mir wäre es lieber, wenn wir das Monster töten, aber es steht eh dann drei gegen eine und die Sache ist, da die anderen Helden oder die anderen Abenteurer das nicht töten konnten, kann es vielleicht sein, dass das Amulett was noch mit dazu zu tun hat? Dass wir das Vieh nicht töten konnten, weil die diese Amulette hatten. Sprich, weil wir die Amulette hätten, könnten wir das Vieh vernichten. Ja, wenn ihr stark genug seid, bestimmt. Dieses Amulette sollte euch nicht an Kampfen hindern. Dann frage ich mich, was der Sinn und Zweck von diesem Amulett ist. Vielleicht sollte man rastlos werden. Damit man das Vieh besiegt? Vielleicht ist die Höhle ja so lang, dass man mehrere Tage braucht. Du meinst, das Vieh ist da drinne so versteckt, dass man es nicht sofort findet. Wir wissen ja nicht, was es ist. Genau. Oder ist dazu in der Lage einen festzuhalten, wodurch man immer weiter geschwächt würde? Also, wollen wir eine Nacht drüber schlafen? Ja. Gibt es sonst noch irgendwas wichtiges zu besprechen? Ansonsten würde ich sagen, könnten wir heute Abend einfach nur noch feiern und uns auf gute Dinge konzentrieren. Einerseits aus, das mit dem Rest werde ich mit dem Schmied morgen im Laden klären, weil ich glaube nicht, dass er jetzt noch in der Lage ist dazu. Ich werde morgen zum Maler gehen. Wie hat sich denn der Schmied eigentlich beim Techn geschlagen, Osoma? Der Schmied ist das Bier absolut gewöhnt. Der hat deshalb fast leer getrunken und wirkt nicht mehr beschwipst. Der klärt das runter wie Wasser. Na dann. Wahrscheinlich besteht so ein halber Körper aus Alkohol oder so. Schon eine andere Zusammensetzung. Der Mettfeelkörper besteht zu Mettfeelkörper besteht zu 90% aus Wasser. Der zwergische Körper besteht zu 180% aus Alkohol. Ich wollte sagen, in seinen ordern fließt kein Blut, da fließt doch reiner Alkohol. Das ist die einzige Quelle, wo es hundertprozentigen Alkohol gibt. In Zwergenadern. Deswegen stören die sich an Wunden auch nicht, die desinfizieren das mit ihrem Blut. Dann frage ich mich auch mal, wie es ist, wenn du einen Zwerg im Brand steckst, ob der gleich nichts gut ist. Genau, probieren. Und deswegen haben sie auch so Angst vor Wasser, weil wenn sie zu viel Wasser zu sich nehmen, dann sinkt ihr Alkoholspiegel wieder. Das Alkohol wird verdünnt, das ist ganz schlecht. Na dann reden wir halt über andere Sachen, machen wir uns einen schönen Abend, morgen wird der Tag stressig und dann auf uns auf die Blechbüchse. Ja, gut, dann feiert ihr noch und esst und trinkt. Trink ich ja auch was? Wenn du möchtest. Ich habe dir angeboten von meinem Fass was rauszunehmen. Wahrscheinlich schnipp ich dann nur dran und bin wieder komplett alkoholisiert. Müssen wir sehen. Du, es ist frei überlassen und du was trinken möchtest. Ach komm, warum? Ich habe dir nur angeboten, ich habe dich nicht dazu beredet oder so. Vernünftiger wäre es halt, nee, 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 ich lasse es. Ich bleibe vernünftig. Nach dem letzten Mal, ich meine, vielleicht kriegen wir dann nochmal ein neues Gruppenmitglied, das ich vorher zu einem Kampf herausfordern wollte. Ich muss mich wieder auf den Schoß setzen und versuchen, die Bogen zu kletten oder was? Nee, das tut nicht Not. Das darf nicht machen. Kuro, möchtest du ein Bier? Ja, mit deiner schweren Rüstung. Hey, ist doch alles. Nein, lass mal gut sein, Stiebel. mir bereitet schon Kopfschmerzen genug, wenn ich dran denke, was ich morgen alles zu tun habe. Ja, ich bin alleine. Ja, mach das. Bei meiner Rüstung und meiner Sandung hat sich auch niemand zu schaffen gemacht, gell? Wenn ich jetzt weiter trinke, muss ich da nochmal würfeln oder geht das schon von vornherein, dass ich betrunken bin? Bist betrunken. Solange du nicht entnüchtert wirst, musst du nicht nochmal Zechten verfüllen. Okay, dann trinke ich noch ein paar Bierchen. Ich stehe auf, wo sitzt Penelope? Sitzt die mir gegenüber oder sitzt die neben mir? Die sitzt so zwei Plätze neben dir. Okay, links von dir. Dann stehe ich auf und gehe zu Penelope und gucke sie an. Habe ich was im Gesicht? Ich strecke meine Hand aus und Tatschlüsse auf den Kopf. Hast du fein gemacht? Das ist eine schöne Party. Danke sehr. Währenddessen frage ich mal nach im Unterwäschgeheimnis. Welche Farbe die hat in meinem Suff. Ähm, Siebel! Also, das ist so. Die ist auch durchsichtig. Nice! Darf ich mal sehen? Okay, Stable, das reicht. Bei einer nächsten Anspielung geht es für dich ab aufs Zimmer. Darf ich es sehen? Naja. Ich bin ein Mädchen. Äh. Mana, ignorier die einfach. Aber darf ich es sehen? Ähm. Okay. Würfelt mal bitte auf überreden. Dein Ernst. Das ist das ist Mut, Intuition, Charisma. Alles gut. Bei mir war es nicht ganz gemeint. Ich enthalten. Bei mir schon. Das Schöne ist nämlich, ich habe ja noch das Talent überreden. Irgendwo. Ist es erschwert? Wieso? Ich habe doch nichts getrunken. Ich meine Mut habe ich schon mal bestanden. Du traust dich zu fragen. Intuition habe ich bestanden. Intuitiv ist zu bestehen. Und Charisma na das wird auch schwierig. Sieben. Genau auf sieben. Oh nein. Yay. Sie überlegt kurz und naja dann zieht sie zumindest ihre Kleidung aus dass sie noch in Unterwäsche dasteht und ihr seht so wie ihr ganzer Körper durchsichtig ist ihre Unterwäsche ist es auch natürlich seht ihr nichts von ihrem Körper unter der Unterwäsche weil halt die Unterwäsche einfach nur durchsichtig zusammen mit dem Körper dahinter Schade Das ist interessant Sag mal wo befindet sich eigentlich dein Originalkörper Mein Originalkörper ist eine Zusammensetzung aus allen Körpern Ah okay Und wenn jetzt all deine Körper zusammenkommen dann bist du nicht mehr durchsichtig Ja Nein Nicht wirklich Es Ich bin grundsätzlich durchsichtig hinterfragen warum das so ist Man darf sich den Zwerg mit einem Fragezeichen über seinen Kopf jetzt vorstellen Aber okay Kuro sitzt da grinst leise vor sich hin und man sieht immer nur wie der Schweif hin und her geht Ich hätte Ich hätte dazu noch einige Fragen aber das verkneife ich mir lieber sonst wird mich wahrscheinlich Penelope mit der Sense in eine Mitte durchschlagen Recht hast du gut erkannt Spaßbremse Da wir jetzt aber schon mal dabei sind Hey Marisa wie sieht's denn aus ziehst du dich auch noch aus Nein Etikette bitte Oh Schade Hm Sagt mir Leute Mit Überreden Okay Du kannst gerne auf Überreden würfeln Es ist Es ist Schwert um Acht Erschwert um Acht Da brauche ich es ja nicht versuchen So schade Willst du es noch probieren Stivel Also Nee Er hat nicht meine Punkte bei Überreden erhöht Bei allen ist es Erschwert um Acht Außer bei Stivel Bei Stivel ist es Erschwert um 12 Es wird irgendein Wert Was der jetzt schon über 20 Jetzt brauchst du eine 1 um zu bestehen Das hat einfach den Grund Stivel Ich bin abartig hässlich Richtig Das ist halt einer der Nachteile dieser Fähigkeiten Dieser Nachteil Der Nachteil des Nachteils Der Dialog war irgendwie speziell Eine Person sagt weil ich abartig hässlich bin Die andere Person sagt Ja Ja Das ist richtig Du bist Ja Das ist halt einer meiner Negativ Punkte die ich mir eingesetzt habe um Punkte zu kriegen Ja Ich lehne mich grinsend über den Tisch streiche mit meinem Finger über mein Glas guck Penelope an und wie sieht es mit dir aus Siehst du dich auch noch aus Naja also Wenn wir allein aufs Zimmer gehen dann ja Soll das eine Einladung sein Nicht für das was du denkst Doch ein Spiel vor der Woche Also los komm mit Schau Jungs Wir gehen mal kurz hoch Ich nehme meine Rüstung und meine Waffe mit Manna Ich greife auch meine Dolche vom Tisch Kannst du mir beibringen wie man einen Schlaf Trank herstellt Wenn du dafür die nötigen Beanlagerungen hast Ja Dann gucke ich das mal wenn ich nüchtern bin Das lässt sich einrichten Sind wir dann jetzt schon oben auf dem Zimmer angekommen Ja Dann gehe ich ins Zimmer und lasse mich grinsend aufs Bett fallen und setze auf Bett Du denkst wirklich dass ich mich ausziehe oder Hast du gesagt was hast du doch vor willst du mich vielleicht noch mal zu Boden drücken würdest du mich vielleicht mit deiner Sense spalten oder warum sind wir hier auf dem zimmer sonst ich muss mit was reden Jetzt wird es wieder ernst also gut zurück zum geschäftlichen worüber möchtest du dann reden du bist eine die bin oder du willst mir doch nicht etwas sagen dass ich was für dich klauen soll nein das gegenteil ich möchte dass du so was was habe ich jemals in deiner gegenwart schon was geklaut nein aber provisorisch das war das einzige was mich bis jetzt am leben gehalten hat dann verspreche ich dir dass ich dich am leben erhalten werde warum weil mir die bürger dieses landes unfassbar wichtig sind und was und was ist wenn ich nur von bösen leuten klaue das wäre trotzdem nicht okay sie zu richten ja aber diebstahl ist falsch das heißt aber wenn sie tot sind und ich es dann nehme es ist kein diebstahl oder insofern sie bösartige menschen sind die gesucht sind vermutlich nicht was ist dann der Unterschied sagen wir mal so stell dir vor wir treffen bösartige menschen die du so nicht bestrafen kannst aber sie hätten schriftstücke etc die wenn sie den richtigen leuten zugespielt werden dafür sorgen würden dass die leute bestraft werden könnten aber man würde diese sachen nur kriegen wenn jemand sie stiehlt wie sieht es denn damit aus meine großartige noble ritterin ich würde sie im namen des königreichs paranta konfiszieren ich meinte es so wenn es solche so hoch hochartigen leute sind dass man es nicht machen kann oder wenn du hingehen würdest und sagen würdest du konfiszierst es würden sie es verschwinden lassen wir müssten einfach immer nach situation entscheiden aber ich würde dich bitten sämtliche bösen taten ein printer dir zu lassen du was anders ist mir nicht bösartige taten liegen im auge des betrachters was für dich böse ist mussten wir den anderen nicht böse sein stell dir mal vor aus sicht der sklavenhändler sind wir die bösen gewesen das ist wohl wahr aber deswegen ist das alles in meiner auslegung sagen ich würde einfach bitten dass du in diesem land nicht gesucht wirst werden wir sehen zumindest werde ich nichts klauen solange wir zusammen unterwegs sind ich bitte dich auch danach nicht zu klauen ich möchte nicht die jenige sein die dich in irgendeine art und weise gefangen nehmen muss kleine zwischenanmerkung es ist schon zu spät ich weiß also ich meine von wegen dass ich möchte dass du nicht in diesem land gesucht wirst ja ich weiß deswegen musste ich schmunzeln versprichst du es mir was kriege ich denn dafür eine hand ich verspreche dir dich nicht zu töten ho 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 heißt das etwa penelope du hast vor mich zu töten nein habe ich nicht klang aber eben so nein selbst wenn mir mal ein streit geraten und so weiter und es eskaliert ich irgendwann im königreich heranter dich suchen müsste und zur strecke bringen sollte dann würde ich mich weigern du musst dich ja nicht weigern du musst einfach bloß wenn du mich findest in die andere richtung gucken das meine ich ja damit können wir es so machen dass falls mal irgendjemand kommen sollte oder so du dich vor mich stellst und sagst dass du mich unter deine Fuchtel hast um dafür zu sorgen dass ich keine bösen Orden mehr mache und dass du mich rehabilitieren willst ich werde mein bestes geben versprochen na gut jedenfalls solange du nicht getötet wirst wenn du tot bist ist das ganze aber nicht dich selbstverständlich ich halte meinen kleinen finger hin du weißt schon dass ich ihn doch jetzt naja du hast du hast ja mit thailand schon sonst hätte ich gesagt hast du eigentlich noch deine rüstung an oder nicht die sind abgelegt alles das habe ich mir das liegt jetzt da an der ecke dann fasse ich hier an den kleinen finger drücke etwas zu und sage zu ihr du weißt schon dass man nicht den kleinen finger gibt weil das gegenüber könnte dir den ganzen arm nehmen oder dir den finger brechen ich habe am vertrauen dass du dies nicht tun würdest das bringt mich gerade an die bredouille weil ich eigentlich richtig lust dazu hätte aber ich lasse wieder los also nichts mit ausziehen naja dann können wir ja wieder runter gehen na klar währenddessen weiß ich nicht ob steve das angebot von mana mitgekriegt hat angebot und du sagtest wenn du wieder nüchtern bist und sie sagte das lässt sich einrichten ach so dass sie mich nüchtern machen kann ja oh dann kostet mich das geld mana beim ersten mal nein oh dann nehme ich das angebot geld an sie zückt dann ein kleines fläschchen aus ihrer tasche und brächt es dir rüber und wir würden uns dann wieder zu den anderen leuten dazu setzen äh gut dann trinke ich das ähm muss ich die ganze flasche trinken damit es wirkt oder kann ich ein bisschen drin lassen nö nö ich muss die ganze flasche gut dann trinke ich die ganze flasche und die flasche bitte mitessen und äh ja die flasche trinke ich dann auf den tisch nachdem du sie getrunken hast fühlt sich dein geist deutlich klarer an und du du siehst nicht mehr verschwommen hast wieder komplette beherrschung über deine sinne ok welche äh voraussetzungen brauche ich denn für das lernen nun ein paar bisschen alchemie könnte es sollten schon sein und brauchst natürlich etwas übung in der herstellung dieses speziellen tranks und natürlich sollten die zutaten vorhanden sein und du solltest ein paar ja behältnisse haben in denen du das rum mixen kann ja sprich ein mörser und so aber mana hast du nicht gesagt wenn ich jetzt zum beispiel dieses paralyse buch kaufen sollte mit dem mit dem gift dass ich ein mörser und stöße kostenlos dazu kriege das ist richtig ja also hätten wir das schon mal was bräuchten wir denn noch für utensilien ich sag mal zumindest ein paar fiolen wo man es rein füllt und ein paar reagenzgläser zum mixen aus was bestehen denn diese reagenzgläser und so ist es einheitlich oder gibt es unterschiedliche material ist dass die auch grundsätzlich einfach nur glas es hätte ja sein können dass es spezial glas gibt für spezielle tränke um die herzustellen wegen blablabla was weiß ich nein klasse relativ resistente kann man auch saure oder bearztliche materialien also man kann kann ich dieses mit alchemie noch irgendwie lernen ja ja kannst du das habe ich auch vor ja dann mana wie kann ich das alchemie lernen und so das andere muss dich ja dann kaufen das sollte ja kein problem sein nun ihr wollt ja relativ bald los also werde ich euch keinen grundkurs geben können aber ich könnte euch ein also bücher verkaufen der nächsten stadt bücher verkaufen dann könnt ihr es euch selbst beibringen doch dann hast du das zufällig dabei nein aber morgen im laden könnten wir es regeln dann machen wir das morgen ja sie hat sich nicht ausgezogen wer okay wieso sollte ich hab sie gefragt gesagt wir gehen aufs zimmer obwohl pustegucken feiges mädel nun dann wie spät ist es denn nun mittlerweile hat einer von euch eine grobe idee muss ich mal gucken ich habe ja als fähigkeit zeit den wo habe ich es entstehen ja unter welcher kategorie wären das denn überhaupt ja man es hätte naja das wäre dann sonderfertigkeiten irgendwo müsste es stehen haben und was mit zeit schätzen was sagt der meister ich glaube wir hatten das immer so mit sinnesschärfe oder orientierung gemacht ist es gebe sternen kunde die habe ich zum beispiel plus 1 und wetter vorhersagen aber das wird wohl nicht helfen die wolke war vorhin da das heißt jetzt ist es naja grundsätzlich könnt ihr ja eigentlich aus dem fenster gucken und sehen dass es dunkel ist also recht es ist viertel nach dunkel ja hier das habe ich das habe ich hier nämlich bei vor und nachteilen zeitgefühl ach so ja wenn du das hast dann solltest du relativ leicht herausfinden können also zeitgefühl wenn es ein vorteil ist musst du auch nichts würfeln naja ich will bloß wie spät ist es denn dass ich eine zeit sagen kann so ungefähr ja es ist ungefähr so halb zehn was bringt mir eigentlich der innere kompass für vorteile so genau du weißt wo du bist also wenn du an einem ort bist an dem du schon mal warst dann findest du dich perfekt zurecht das heißt ich hätte mich ja damals gar nicht verlaufen dürfen scheiße tja es kann ich aber nicht riechen du musst du auf sich für fehlteile aufs selbst dämmerungsdicht das heißt ich sehe bei dämmerung besser als andere ja mhm nett resistenz gegen krankheiten schwer zu verzaubern resistenz gegen mineralische gifte goldgear 5 ahja das solltest du durchaus beachten weil es ist ein nachteil der eigentlich dich betrefft betrifft das heißt also ich wenn du wirklich du du hattest ja letztens penelope was verliehen das solltest du beim nächsten mal so überlegen ob du das noch mal macht nein ich lasse mich immerhin in meinem stuhl lehne ich mich zurück was war es halb zehn ja was wir so zurücksetzen es ist schon halb zehn weißt du denn das ich weiß das einfach und die zeit würde ich normalerweise wenn ich in der stadt bin schlafen gehen oh da soll ich mitkommen ich glaube heute macht mir eine ausnahme aber gerne auch in deinem eigenen bett aber zusammen bisschen warm bei der kuschel ich mit kuro die hat den nächsten buschigen schwanz siehst du ist schon besser wenn es so ist als bei anderen ich gucke rüber zu steele und grinse was willst du damit sagen naja sieht doch mal ein buschiger schwanz hat seine vorteile gegenüber von anderen schein es nicht sag mal herr wird ja wie sieht es denn aus wie viel ist noch von den gold übrig von dem einen bei wie viel sind wir mittlerweile also es sieht nicht so aus dass wir noch was bestellt werden ich würde mal sagen du könntest auf jeden fall bezahlen das ganze der ganze abend hat so ja 25 gold gekostet entschuldigung darf ich was anmerken was das waren zwar zwei bis drei fässer bier aber du hast gesagt da kostet ein da kostet ein krug bier mit mahlzeit ich glaube vier oder fünf bronze waren es mhm wo rechnet sich das auf 25 hoch naja das essen ja da war ja essen mit drin bei dem bier normalerweise ja aber ja aber so ein fass hat schon nicht nur ein bisschen wie viel würde ungefähr pro fass sein ich würde sagen wie viele krüge ordentlicher krüge fast ne liter und wie viel ist da drin pro fass und der war größer als ein zwerg der zwerge sind auch nicht groß naja die fässer die sind gut anderthalb meter groß also wie viele liter sind das ungefähr die ja drin und ich möchte anmerken meins ich bin ich bin du bekommst abgehackt drüber anderthalb meter groß ist also falls ich der abgehackte war äh ich sagte mein zwerg ist ein meter groß also wie viele liter passen ungefähr das passt rein das habe ich jetzt nicht auf den liter ausgerichtet ich würde mal schätzen so zwischen 30 und 40 ich will jetzt eigentlich keine zylinder rechnung machen ja ne so ungefähr vielleicht sogar mehr bei anderthalb metern das rechnen wir einfach mal mit knapp mal so richtig komplett übertrieben rechnen wir mal mit 400 litern das ist ein bisschen zu viel 400 liter ist ein bisschen zu viel wir rechnen mal ganz ganz grob und das ganze wie viel haben wir verbraucht sagen wir mal drei fässer insgesamt gell dann wären wir bei 6000 bronze das wären sechs gold und da habe ich die mahlzeit mit eingerechnet pro krug bier also ablocken muss man mich nicht ähm warte naja du darfst aber nicht vergessen die zwerge haben ihr bier bestellt für so und wir haben das essen separat bestellt das ist was anderes das ist das gleiche wie wenn das ist das gleiche wie wenn du in ein restaurant gehst ein paar von den kumpels du kannst ja mal nach weinfässern schauen wie viel die fassen also ein weinfass volumen hat 220 liter in etwa also was ist dir lieber 25 gold das ist nämlich dann abzocke 22 liter 220 liter 220 rechnen wir einfach mal mit 5 gold insgesamt so grob oder wie viel kostet ein liter 5 gold äh 5 bronze waren es ja mit nahrung noch dazu also sagen wir einfach mal so knapp 4 bronze mal 220 und dann noch mal hier alleine und wie viel hat das essen ungefähr noch ein deutsch dazu das heißt wenn wir bei 3640 gold hattest du dich zwischendurch mal vom mikro weg gedreht oder so mir ist der art und das sind extrem große fässer also soma kannst du ja mal auf rechnen würfeln dann rechnest du das im spiel alles nach dann würde ich auf rechnen würfeln wollen was muss ich da würfeln also das wäre klugheit klugheit intuition klugheit klugheit und intuition ich habe jetzt minus 2 aber ich habe eine 1 dabei gehabt ja ich habe es in der zwischenszeit selber nachgerechnet ja 4 gold 4 gold mensch da wollten sie mich aber ganz schön abzocken und 1 gold war ja noch angerechnet also 3 gold haben sie hier noch ja gut 25 Halsabschneider ja das ist so eine Kneipe oh soma also so sehr verarschen musst du mich nicht logik schlägt zu ja die sache ist halt ich hatte den preis jetzt schon vorher berechnet und ich dachte mit einem halben fassbier geht das sich aus es tut mir leid aha 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 weißt du mhm nee beim nächsten mal wenn du mit sowas ankommst recht nicht ja bitte 25 sag mal geht's noch tja hier lernt man doch was okay also da wir jetzt auch alle wissen wie viel in so einem Fass drin ist ja wollen wir dann weiter machen gerne ja hat man sogar heute noch ein bisschen Matheunterricht mit gehabt und allgemeinwissen ich möchte anmerken das war ein großes Fass das war ein 3 Meter Fass dafür dass wir das berechnet haben so also machen wir jetzt Feierabend für die Nacht oder wie also ich hätte nichts mehr zu erledigen ich auch nicht naja das was ich frag das was ich fragen wollte habe ich gefragt okay dann wir sehen uns wahrscheinlich morgen nochmal ich bedanke mich dass ihr heute Abend alle hier wart ich hoffe es hat euch gefallen ach klar war super ihr könnt gerne noch hier bleiben und die Reste trinken und essen äh aber wir gehen schon mal aufs Zimmer nach einer Weile machen sich die drei dann auch los wie viel war in diesen Säckchen nochmal drin 120 Gold für jeden ja 120 okay ich gehe übrigens bevor wir dann nochmal hingehen nochmal zum Wörth hin und gebe dem meine 92 Silbertaler dann vergiss nicht dass dir Piniello PS Gold zurückgezahlt hat ja im doppelten Mengen ich glaub das hab ich vorhin schon wieder drauf gerechnet okay gut ja hab ich ja hab ich halt und ich geb jetzt noch dem Wörth meine 92 Silbertaler und sag ihm auch wenn du mich vorhin abzocken wolltest danke dass es spontan so schnell ging mit so vielen Gästen ja klar beim nächsten Mal wenn du Hilfe mit Mathe brauchst sag Bescheid ja also das beim nächsten Bier sollte man vielleicht vorher einen Test durchführen ob das nur Bier ist ja es tut mir leid dass ihr ein so hoch konzentriertes äh ihr habt einfach Gold getrunken ja ja er hat einfach Gold ge... Gold staubten ach ist mir da ein Tropfen Brechwurz ins Bier geraten aaaaaaah ich sollte es doch nicht mehr debeneinander stehen lassen ach die... immer dieser Diamanten staubt ja mein... äh mein Getränk gerät na dann legen wir uns ab ins Bett mhm Kuro wollen wir knoddeln? mhm können wir gerne machen mhm ok dann wir sparen sogar ein Bett ja den Raum zahlt ihr trotzdem das ist doch egal ähm jedenfalls ja dann kann ja Kuro jetzt seine Ausdauer zurückwürfeln mhm was muss ich würfeln? äh warst du jetzt bei Ausdauer 2? 3 3 3 3d6 mhm ok dann 3d6 3 Stück mhm und ich darf dann noch einen Werfen für mein Leben 5 5 1 und 1 mach das dann 7 ich krieg dann 7 wieder oder was ja ja guck mal ich hab da ne Doppel 1 rum krieg ich das nicht wenns ums Schatten jetzt äh äh außerdem ist ja nur die 6 jetzt und ich regenerier 2 wieder mhm von wieviel 4? ja ok gut nach einer erholsamen Nacht für den Tag Moment 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 achso du willst noch ASP Astral 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 Punkte ich glaube ich war ja auf 33 mit Maximum Leben oder? ja glaube schon musst du ja wissen was dein Maximum Leben war ja musst du dir selbst aufschreiben ich weiß nicht irgendwie hab ich nur 33 stehen wundert mich gerade vielleicht hab ich das ja auch gemacht weil ich voll bin ja dann wahrscheinlich aber ich kann mich ja nicht überhalten du hast 33 Maximum Leben zumindest in dem Dokument was du mir damals geschickt hast waren 33 dein Maximum Leben wenn du sie nicht mit Abenteuern auf Punkten aufgewertet hast dann naja das müssen wir ja noch machen mit dem aufwerten also einen Astral Punkt hast du schon denk ich mal notiert? äh ja also den Astral Punkt ja dann äh wie gesagt der nächste Morgen bricht an der nächste Morgen bricht an der nächste Morgen bricht an guten Morgen guten Morgen wird geschlafen ja es jingen es freut mich ich halte Kuro nochmal meinen kleinen Finger hin willst du ihn jetzt abschneiden? ich sagte nicht dass ich ihn abschneiden werde ich sagte dass ich ihn ab dass ich ihn breche nach dann willst du mir brechen? mhm dazu muss ich nur nach unten biegen oder zumindest springt er aus dem Gelenk aber ich habe jetzt andere Sachen zu tun okay dann wollen wir dann erstmal los zu den lassen lass uns noch was essen wenn es sein muss dann müssen wir uns los machen um die Kürze zu kümmern und damit wir sehen wieviel Gold wir danach noch haben sind die anderen beiden schon wach? gucken wir einfach mal rüber die sind doch im gleichen zimmer oder? wie ihr geeinigt habt ich weiß es nicht also ich hab schon gute Fragen gesagt ja klar ok wie sieht es mit Stivel aus? oh scheiße ich muss mir noch meine Klamotten anziehen sagt dich während ich vollkommen angezogen bin in der Hoffnung dass er aufwacht Penelope ich glaube das ist mein Höschen was du da hast oh tut mir ja wirklich leid das ist das zieht unten ja ich merk schon ich ziehe es am besten wieder direkt aus morgen Kuro hübsches Höschen guck mal wer da an und guck mal wer wieder wach ist Subi klappt ja obwohl ich angezogen bin guti dann Stivel komm sorry hast du auch wir wollen noch mal was frühstücken das klingt an eine gute Idee komm gerne zu dir ins Bett hm nein los steh auf ok dann geh mir meine Katsche besorgen und frühstücken im besten Fall und mir Abbrust besorgen ja ich zieh mir auch meine Rüstung wieder an und nehme meine Sense mit ja ich ja ich ich ja 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 Ja, klar, sicher. Ich kann euch gleich was herbringen, wenn ihr möchtet. Worauf habt ihr Hunger? Beziehungsweise, was haben sie denn gekocht? Ja, ein typisches Frühstück. Brot und halt Belag. Na dann, für jeden Ei mal bitte. Ich brechte einen Teller mit Brot und entsprechender Wurst und Käse. Und ich schnippse eine Goldmünze rüber. Rechne es gleich mit dem Zimmer ab. Mhm. Dass auch, dass er sich nicht wieder über den Tisch zieht. Ist mir egal, der Rest ist einfach Trinkgeld dafür, dass gestern alles so reibungslos geklappt hat und dass wir trainieren durften bei ihm. Okay, danke. Ja, na dann. Dann haut rein. Mhm. Na dann, wo du kommst. Ich greife nach einem bisschen Aufschnitt und nach einem Brot überlege es und esse es. Mhm. Regenerieren wir dadurch eigentlich irgendwas wieder? Nee. Okay, nicht mal ausdauer. Das ist ja im Endeffekt eine Grundversorgung des Körpers, damit der überhaupt funktioniert. Ja, stimmt. Okay. Sorry, wie machst du das eigentlich? Absorbierst du das einfach und löst es dann auf? Oder wie? Ich denke, ihr würdet das so bezeichnen, ja? Es geht mehr darum, wenn wir Informationen haben wollen, dass wir dann sagen, wenn er uns das nicht sagt, dann löst du ihn langsam auf. Ich möchte anmerken, ich weiß nicht, ob Xurias als Charakter in sich weiß, aber es funktioniert bei den Schleimen so, dass sie nur totes Material aufsammeln können. Ah, sie sind quasi Destruenten. Okay. Also wenn es lebendes Material ist, dann können sie es nicht verdauen. Das wusste ich nicht, ne? Okay, ja, dann ist die Geschichte eh eine andere. Ähm, dann... Warum? Ähm, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Ich kann nur totes Material zu mir nehmen. Mhm, gut, das wissen die anderen aber nicht. Du kannst sie immer noch benutzen, um ihn zu... drohen. Das wäre eine Möglichkeit. Das war halt nur eine Frage. Wenn die Schleime nicht können, kannst du ihnen wahrscheinlich alles erzählen. Mhm, naja, das ergibt wieder ein paar schöne Möglichkeiten. Du hast doch nichts gegen Folter und Verhöre, oder o edle Ritterin. Insofern es angemessen ist, nein. Mhm. Sagt die, die den Gegner eine Sense in den Rücken gerammt hat. Das war angemessen. Ja, natürlich. Wo wurde eigentlich gesagt, sollten wir nochmal diesen Kahn herbekommen? Ich habe es komplett vergessen. Beim Türhandel. Ah, okay. Danke sehr. Mhm. Hm. In der Nähe ist doch noch der Informationsladen. Vielleicht gehe ich da nochmal rein. Interessant, interessant. Na dann, sind wir alle fertig mit dem Frühstücken? Brrrr. Ja, das war eine Benachrichtung. Ja, das war meins. Ja, irgendwer hat diesen Ton auch mal benutzt. Ich glaube, das war meine Verlobte. Wie sieht heute euer Plan aus? Was habt ihr zu erledigen? Als erstes holen wir einen Wagen. Ja, und danach würde ich sagen, sammeln wir alles nötig, was wir noch brauchen. Wir werden sehr viele Lebensmittel einpacken müssen. Und ja, mal gucken. Ich werde nochmal in dem Magieladen vorbeischauen. Ja, da muss ich auch hin. Ich muss in den Magieladen, in das Heilige Sanktum, in die Schmiede, in die, zu der Information, Alchemie, das sind so die, und, haben wir einen gemischt wordenladen? Ja, aber haben wir irgendwo noch einen Schneider? Ja, direkt daneben. Ja, gut, da muss ich auch noch hin. Kann ich ja gleich einmal eine Rundtour machen. Quasi, wir klappen heute alles ab. Zumindest ist es ich, ja. Na, ich denke, wir werden dich begleiten. Äh, ich glaube, ich muss zum Schmied für die Armboss, oder? Mhm. Na, wie gesagt, ich muss ja fast überall hin. Hier, dann klappert einfach alles nacheinander ab. Okay, dann, auf zur Alchemistin. Hä? Wollten wir nicht erstmal den Wagen kaufen? Achso, ja, stimmt. Auf zum Tierladen. Dann zum Tierladen. Gut. Dann, auf Wiedersehen, Herr Wirft. Wir sehen uns sicherlich irgendwann wieder. Okay, gute Reise. Danke sehr. Habt ihr auch alles aus dem Zimmer eingesackt, was uns gehört? Ja. Ja. Na dann. Sofern nicht wieder was geklaut wurde. Was ist an deinem Pecht? Warte, wurde etwas geklaut? Ja, ihm wurde sein Gold geklaut, wer noch geschlafen hat. Das... Das wird nicht umgesprochen bleiben. Ich war es nicht. Nein, das war nicht Kuro. Vielleicht haben wir den Talisman liegen lassen. Darüber sollten wir uns keine Sorgen machen. Wollte ich gerade sagen, der kommt ja eh zurück. Ja. Den könnte man vielleicht verkaufen. Der kommt ja sowieso wieder zu mir zurück. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Kannst du es ja gerne mal probieren. Ich habe nochmal einen gefunden. Wollen Sie den haben? Ich habe schon wieder einen gefunden. Wollen Sie den haben? Naja, das wäre eigentlich interessant, ne? Also wenn es diesen scheiß Rastlosigkeitsflug nicht geben würde, könnte man mit den Amuletten richtig viel Geld machen. Mhm. Verkauf sie, geh weg, sag es ja ein, fahr in die nächste Stadt, verkauf sie, sag sie ein, vielleicht noch ein paar fahrende Händler, das gleiche? Ähm, so amüsant wie das ist, das zählt unter Falschhandel. Mir egal. Mir egal. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für derartige Streitigkeiten. Würde ich auch sagen, wir vergolden kostbarer Zeit. Ich versuch's mal mit überreden, dass die beiden sich beruhigen. Okay. Ich meine, das sieht ziemlich schlecht bei mir aus, aber besser als nichts getan zu haben. Mhm. Ähm, nur das was für Charisma. Das ist Teil meines Geldgears gerade, deswegen mache ich das. Ich gratuliere. Äh, minus eins. Soll ich's probieren? Ja. Was war's noch mal? Mut, Intuition, Charisma. Okay, dann schauen wir mal. Erst mal was zum Blut. Ich schaue einfach nur da. Ey, tut euch damit weh. Wisst ihr das schon? Ähm, oh Gott, warte mal. Mut, hab ich fotzen. Hm, gut, das kann ich ausgleichen. Dann habe ich noch zwei übrig. Och, f***t euch doch, Leute. Äh. Na Gott. Kommt, ihr holt backen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Heute auf mit der Scheiße oder wir lassen euch zurück. Hm. Ah, nee. Ach, f***t drauf, dann geh ich jetzt halt. Wenn ihr fertig seid und einer überlebt, dann kommt bitte nach. Wir gehen jetzt zum Tierhandel. Xorias, kommen wir hin. Ja. Stiefe? Das ist voll klüge. Gott, verdammt. Stiefe, ich mach' den Angebot. Sobald ich die Gruppe verlassen habe, darfst du das von mir aus machen. Dann wundere dich aber nicht, wenn ich dafür persönlich komme, um dir in den Arsch zu treten. Hm. Was ich nichts trotzdem mache? Dann sorge ich persönlich dafür, dass du unter einen Meter groß bist. Warum ist unsere Gruppe immer so direkt vom Zusammenhalt und grenzenlose? Nächsten. Kannst du es ja mal gern versuchen, wenn mein Arma dich nicht vorher trifft. Dann los, komm, lass uns zu den anderen gehen. Wir müssen ein bisschen Zeit aufholen, die wir wegen dir verschwenden. Äh, du hast doch mich angemacht. Mit meiner guten Geldidee. Ach, das ist keine gute Geldidee, das ist eine Straftat. Ach, verklemmtes Stück. Verklemmtes Stück? Ich darf seinen Blutrausch nicht zügeln. Habt ihr euch abgekühlt, ihr Hitzköpfe? Ich laufe einfach zu Kuro und... Solange sie sich nicht in meine Geschäfte einmischt, ja. Okay, wie sieht's aus, sind wir jetzt schon beim Tierhandel angekommen? Gut. Ich hasse Boralaposte. Und ich hasse Zwerge. Und ich hasse euch beide, sind wir jetzt alle glücklich? Was? Du hasst mich? Äh. Jetzt gerade ja. Es tut mir leid. Danke. Können wir jetzt endlich weiter mit dem Geschäftlichen machen? Gerne. Ich lasse meinen Kopf hängen, schüttel den nur, richte wieder auf und mach die Ladentür auf. Schönen guten Tag. Guten Tag. Äh. Das kann ich vielleicht tun. Verkaufen sie auch Planwagen? Äh. Ja. Ich hab auch Planwagen im Angebot. Mhm. Könnten wir die sehen? Äh. Ja. Wenn sie draußen gucken, können sie die sehen. Mhm. Sind die alle gleich oder gibt's unterschiedliche? Es gibt unterschiedliche. Also Planwagen haben wir nur eine Sorte, aber ich hab drei Sortenwagen. Was haben sie denn alles für Wagen da? Naja, so Handkarren? Naja, was mit dem Pferd. Oder wo man Pferd davor spannen kann. Ja, davon hab ich halt einen normalen Wagen zum Transport und halt ebenso einen Planwagen. Mhm. Ist das ein großer Planwagen? Also sprich mit vier Rädern oder wie ist das so? Ja, ja, mit vier Rädern. Mhm. Also sprich, es passen vier Leute drauf und es ist noch genug Platz für Wagen und alles. Ja, ist es. Mhm. Wie teuer? 140 Gold ein Teil. Wenn sie ein Pferd auch noch brauchen, kostet das natürlich extra. Nein, nein, ein Pferd haben wir. 140. Okay, also 35 Gold für jeden. Sagte sie einfach mal so mit Kopfrechnung. Ja, ich hab Rechnen auf 4. Ohne auf Rechnen zu würfeln. Ich hab Rechnen auf plus 4. Da sollte das doch wohl grundlegend drin sein, oder? Du musst trotzdem das ausrechnen und dafür musst du trotzdem würfeln. Okay, dann würfel ich jetzt auf Rechnen. Wenn du nicht zufälligerweise bei Rechnen irgendwie, keine Ahnung, eine Doppel-1 oder Dreifach-1 kriegst und dann der rechten Meister für das Spiel bist, dann solltest du bloß auswürfeln. Ach komm, aber im dreistelligen Bereich kam er doch wohl. Naja. Okay. Würdest du dich wundern. Klugheit. Klugheit. Fuck. Und Intuition. Ja, okay, fuck. Bei 120. Oh Gott, wir müssen alle unser komplettes Geld dafür ausgeben. Das wären ja knapp 50 Gold für jeden. Das Werte, was ist denn das? Ist das ein Verkäufer oder Verkäuferin? Eine Verkäuferin, die sieht sehr zerzaust aus und scheint irgendwie nicht wirklich Lust auf ihren Job zu haben. Wenn wir diese Praktikanten bald hier lesen. Ja, dann hab ich noch eine kleine Frage. Wie viel würde es denn machen, wenn wir vier zusammenlegen pro Person? Pro Person 35 Gold wären das ungefähr. Jetzt, ob die Schlampe besser rechnen kann als ich. Aber die muss jeden Tag rechnen, also für sie ist es vielleicht ein bisschen was anderes als für dich. Ich hab aber rechnen auf bloß vier. Dann hat sie halt rechnen auf bloß 50. Nun ja, auf jeden Fall. Ich kann ja mal würfeln. Wenn ich jetzt eine für 20 würfle, dann weiß es nicht. Okay? Na gut. So, ähm. Verfickt. Aha. Eieieiei. Ja, okay, gut. Dann sagt sie halt. Ja, keine Ahnung, fährt sie nicht. Galt. Aha. Wer die sich verrechnet hat, hat mir den Nachteil. Was, was, was ist, was war das nochmal? Naja, er hat doch drauf gespekuliert. Was war es? Mut, Intelligenz, Intelligenz? Oder was war es? Intelligenz, äh, Klugheit, Klugheit, Intuition. Gut. Dann versuche ich es nochmal. Ich setze mich hin und fange an, so mit meinen Fingern so nachzurechnen. Okay, was war es? Klugheit? Oh, fängt euch, glaube ich. Ich setze mir diese Situation vor. Also, es gehen Menschen in einen Laden, wollen etwas kaufen, bekommen den Preis gesagt. Und dann stellt einer die Frage, so, wie viel würde das kosten, wenn jeder von uns was dazu beisteuern würde? Und plötzlich stehen alle Personen da, haben so eine Denkerpose und sind zutiefst in dieser Rechnung drin und keiner kommt auf das richtige Ergebnis. Also, ich möchte anmerken, wir können auch meinen Wolf komplett ignorieren. Sie führt ja schließlich den Laden, kann das erstmal dieselben Wörter, ne? Also, von daher... Der Laden läuft seit fünf Jahren bescheiden. Warum? Gut. Also, also 35 Gold pro Person. Ja. Na dann, legen wir zusammen? Ja, klar, gerne. Hier. Wie viel sitzt du mal pro Person? Jetzt. Jetzt. 35. Okay. Ja, man muss ja nochmal nachvollziehen. Das war ja gerade... Äh, ja, Verhandlungshare kann man es nicht nennen. Das war... Das ist jetzt für den Wagen, oder was? Mhm. Ja. Aber sagen Sie mal. Hm. 35 für jeden. Kuro, was meinst du? Ob du sie noch überreden kannst, dass wir den Preis ein bisschen runter bekommen? Überreden? Ich kann's ja mal versuchen. Äh... Was? So, guck mal, ich jetzt in den Zell, hab ich mir das so durchgeschrieben. Ich find's witzig. Ich hab dem Wirt vorgerechnet, wie viel ich normal bezahlen müsste bei den Fässern, beim Bier, was in die tausende Stellen ging. Aber ich habe Probleme bei, was war es, 140 durch Bier? Mhm. Ja. Überreden war nochmal, was brauch ich dafür? Mut, Intuition, Charisma. Kannst du nur rechnen, wenn du was getrunken hast. Ich hab aber nichts getrunken. Nun gut, dann versuch ich das mal noch. Wird wahrscheinlich wieder eine 20 dabei sein. Ich dachte, so eine Spiegelalkoholikerin hat einen gewissen Pegel, funktioniert das aber nicht. Das habe ich bestanden. Intuition habe ich auch bestanden. Was war das letzte Charisma? Ui, habe ich auch bestanden. Gut, wie stelle ich das jetzt an? So. Nun hören Sie mal. Wir teilen das ja unter uns und der Wagen ist ja schon so... Naja, relativ teuer. Kann man gar nicht noch irgendwas machen, wenn wir jetzt eventuell noch eine Kleinigkeit dazukaufen, dass das etwas billiger wird? Was wollen Sie denn dazukaufen? Ich weiß nicht, was haben Sie denn noch? So ein Angebot? Sitzkissen oder irgendwie sowas? Oder eine Ersatzplane, falls die kaputt gehen sollte? Dass es dadurch ein bisschen billiger wird? Oder hätten Sie vielleicht noch eine Idee? Naja... Ich könnte ja noch zwei Sitzbänke für drinnen bereitstellen. Das klingt doch schon mal gut. So... Okay, zwei Sitzbänke sind dann doch noch mit drinnen, oder? Wie viel würden denn sonst die Sitzbänke extra kosten? Naja... Fünf Gold einer. Das heißt, es ist zehn Gold? Ja, okay. Und was sagt ihr dazu? Ja, klar, gerne. Sind die auch schon mit Kissen bezogen? Nein... Ich habe aber keine Kissen bezogenen Sitzfolster. Achso, okay. Naja, macht nichts. Okay, aber dann machen wir das so. Ich reiche die Hand, lächle sie an. Zwei Sitzbänke und ein Wagen für 140. Okay. Danke. Dann gebe ich Kuro meine 35 Gold. Ich auch. Sag dir der goldgierige Zwerg. Naja... Xorias? Ja. Kriege ich das Gold? Oh, ja, natürlich. Danke. Ich gebe sie. Ich reiche es, der Verkäuferin. Gut, alles klar. Danke. Stiebel, könntest du dein Pferd holen? Dann können wir das schon mal vorspannen und den Wagen hier rausholen. Sollte das nicht Penelope machen? Die konnte besser rein als ich. Ach, stimmt, ja. Du kannst auch eine Leine führen. Aber Penelope könnte ja schon mal die Bänke aufladen. Aber wenn Penelope reitet, geht das schneller, als wenn ich das fertigte Mehrheit ziehe. Na, stimmt. Dann machen wir das anders. Stiebel lädt die Dings auf und Penelope reitet. Das Pferd her. Okay. Ich werde dir dabei helfen. Verwirflich auf Körperkraft. Mhm. Ist doch gut. Ich werde dann Stiebel versuchen zu helfen. Mal gucken, was bei mir bei Körperkraft jetzt rauskommt. Ich habe es nicht geschafft. Ich hätte gesagt, ich stehe mich oben auf den Planwagen und ziehe. Also ich kriege es auch hin. Also sprich, ich gehe rein in den Planwagen und Stiebel hebt hoch und ich ziehe sie rein. Nach kurzer Zeit habt ihr die beiden Bänke drinnen. Yay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Luxuriöse unterwegs. Na dann. Ich bin ja mal gespannt, ob der Schmied eventuell ein paar interessante Sachen hat. Hm. Armbrust könnte man aber auch gut vergiften. Ja, das hatte ich auch mitgedacht. Die Bolzt vergiften. Ich bin wieder da. Muss ich nicht drauf was bluffeln? Wieso, du holst doch nur das Pferd. Achso, ich hol das Pferd jetzt. Ja, natürlich. Ja, okay. Die Bänke haben wir schon verladen gehabt. Du kannst ja schon mal reiten, Wurf. Ach, ich muss das her reiten. Darum ging es ja. Achso, okay, ja. Was war reiten nochmal? Reiten. Ist. Charisma, Gewandtheit, Körperkraft. Okay, Charisma. Fuck. Verkass. Gewandtheit. Fuck. Ja, okay. Okay, ich gehe mal davon aus, dass du versuchst, das Pferd nicht zu reiten und stattdessen einfach herziehst. Ja, das war sowieso der Plan. Warum sollte ich jetzt die zwei Meter durch die Stadt reiten? Ich hätte ihr gesagt, dass sie mit dem Fuß in so einem Steigeis lehnt, das Pferd losrettet und sie in der Herzen lehrt. Ja, wirklich. Also voll springt durch die Stadt. Das ist doch bei der Gilde. Warum sollte ich die zwei Meter reiten? Ja, das ist schon ein bisschen mehr als zwei Meter. Ja, das sind zwei Minuten, die ich mir da vielleicht spare. Ja, jedenfalls. Wollte Penelope jetzt noch irgendwo anders mithin? Ja, ich begleite alle überall mithin. Okay. Dann wartet ihr ein bisschen länger, als ihr erwartet hattet, bis Penelope dann endlich mit dem Pferd eingedrutscht kommt. Was hat denn da so lange gedauert? Ich bin nicht in Verfassung zu reiten. Aber du hast doch gar nichts getrunken. Mein Kopf tut aber noch weh von dem Windschnitt, den ich gestern abbekommen habe. Tja, hätte ich mich mal heilen lassen. Dafür habe ich es dann bekommen, Magie zu zerschneiden. Mhm. Das war Magie, die einem hilft. Hauptsache, es ist Magie zu zerschneiden. Mhm. Wo wollen wir jetzt hin? Zum Alchemisten erst mal? Naja, ich glaube, das Glückste wäre der Schneider. Gut, dann, aber ich weiß ja auch nicht, sind die Gassen von der Straße weit genug, dass man dort mit dem Planwagen durchreiten könnte? Ja. Ja, ich wollte ja dann sagen, dann steigen wir alle auf und wir bekommen schon mal ein Gefühl für den Planwagen. Penelope fährt. Ich fahre. Ja, du hast von uns allen am meisten Ahnung von Pferden. Okay, na dann muss ich auf Reiten. Das könnte nunfalls auch Steve will machen. Schließlich hat er ja das Pferd. Das ist ja eigentlich seins. Aha. Ja. Und das Pferd hört so gut an. Gut, dann fährt... Ich bin bisher nicht raufgekommen. Dann setzt euch beide vorne hin und dann... Und auf Reiten hab ich... Äh, was war das? Wo ist das? Ich seh's grad nicht. Reiten, 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 reiten. Du musst dafür nicht auf Reiten werfen. Hat das Pferd eigentlich irgendeinen Namen? Name? Ich weiß es nicht. Also wir hatten mal den Packesel namens Sauerbrafen. Es heißt Pferd. Darf ich ihn vielleicht einen Namen geben? Sein Name ist Pferd. Aber ich hätte eine Idee für einen besseren Namen. Nein, sein Name ist Pferd. Kauft dir ein eigenes, wenn das benennen willst. Das ist mein Pferd. Also, worauf ihr werfen müsst, ist Fahrzeuglenken. Oh, ich hab Reiten minus alt, wenn ich das richtig lese. Fahrzeuglenken. Das habe ich nicht einmal. Warum nennt ihr das Pferd nicht einfach Horsemeat? Aber okay, was wäre das denn? Das wäre Intuition, Charisma und Fingerfertigkeit. Intuition. Fuck. Charisma. Und Fingerfertigkeit. Fuck. Also so ein Planwagen ließen sich ja auch theoretisch bewegen, indem vorne jemand reint. So, was war das Ding, letzte Fingerfertigkeit? Du hast eh eine 20. Ja, vielleicht kann er dir ja nur eine 1 würfeln. Er hat auch schon dreimal gewürfelt. Ja. Was waren die drei Dingo nochmal? Intuition habe ich verkackt. Da habe ich nur 7. Charisma. Gewürfelt habe ich aber 14. Charisma war die 20 und dann Fingerfertigkeit war. Ja. 8. Und ich hab Reiten minus 1. Du bist der absolute Pferdeflüsterer. Wenn du einem Pferd zuflüsterst, dann haut es ab. Okay. Scheiß, Karol. Kann ich es nochmal probieren? Ja. Okay. Was war das? Was war das? Intuition, ne? Intuition, ja. Ich werde das Reiten auf jeden Fall verbessern. Ist ja mein Pferd. Bestanden. Fahrzeug, Link. Also, Charisma. Charisma. Nicht bestanden. Da habe ich 8. Letzte. Fingerfertigkeit. Fuck. Das hätte ich bestanden. Mann, ey. Ich probiere es spaßeshalber auch mal. Ich meine, ich verstehe nicht, dass wir jetzt die 2 Meter zum Schneider fahren wollen. Ich wollte halt mal wissen, ob es klappt. Also, Intuition. Charisma. Mhm. Fingerfertigkeit. Also, ich habe alle bestanden. Du, dann reitest du heute mal. Zumindest hat einer geschafft. Das geht für diese eine Fahrt, oder? Ne, solange... Also, ich sage immer, dass du Glück für den Tag. Ich habe mir das abgeschaut. Ja, er hat sich das jetzt die ganze Zeit abgeschaut. Und dann rumpeln wir mal los. Mit seiner wunderbaren Fertigkeit. Mhm. Es wäre noch ein bisschen komischer, wenn ich dabei die Form der Person annehmen würde, von der ich es mir abgeschaut habe. Ja, oder bei der du Raubtier eingesetzt hast. Du schaust dir... Du nimmst die Form der Gestalt an. Du hast die Gestalt eines hässlichen Zwerges. Das wäre das halt so. Eines extrem hässlichen Zwerges. So, okay. Jedenfalls, ihr könnt alle einsteigen. Okay, dann. Auf den Schneider. Ja. Was kann derjenige, der nix packen kann, reitet jetzt? Also, du reitest nicht. Du sitzt vorne auf dem Planwagen und hältst die Zügel des Pferdes. Ja, aber auch das, da gehört eine gewisse Spannung dazu, damit man das hinkriegt. Ja, du kannst dich ja verfestigen. Das hast du mal gelernt. Ja. Ich finde es trotzdem witzig. Wenn man solche Sachen, wo man Kraft braucht. Naja, brauchst du ja nicht. Du brauchst es ja Fingerfertigkeit. Ja, stimmt. Ja, jedenfalls, ihr seid innerhalb von wenigen Minuten beim Schneider. Okay, erster Start, Schneider. Na dann, hallo aus. Ich warte hier. Ich warte ebenfalls hier. Na gut, dann gehe ich eben alleine rein. Wie will, geht der mit? Ich wollte ja zum Schmied wegen Ambrust und du kannst gerne schon mal vorgehen, oder? Ja, dann hole ich mir halt Ambrust und Bolzen. Zum Schmied müsste ich auch und zum Alchemisten. Ja. Ja, dann gehe ich zum Alchemisten, da muss ich auch noch hin. Lass mich ja begleiten. Da gehen wir erstmal zum Alchemisten, dann zum Schmied. Ist er nicht einfach nur schräg über die Straße? Ja. Na dann geht er dahin, ich gehe erstmal zum Schneider. Alles klar. Und Penelope passt auf den Planwagen auf. Mit dir zusammen, Xurias, oder? Ich müsste auch zur Schmiede, zum Alchemisten, zur Schmiede müsste ich wegen der Kralle. Dann geht zur Schmiede. Und danach gehen wir alle zusammen zum Alchemisten? Ich muss danach dann aber auch nochmal zum Schmied, aber das und zum Magier und die Gebüschwornladen, ne? Ja, Magier muss ich auch mitnehmen. Irgendwie ist klar, der ganze Plan wegen dem Planwagen zu Richte, oder? Von mir, ich könnte doch einfach im Schneider warten, eine gemeinsam jeden Laden abklappern. Mit dir dann lasst du einfach dort warten. Dann warten wir jetzt einfach das Mod. Ich mach's auch schnell. Also, ich öffne die Tür und gehe zum Schneider. Schönen guten Tag, jemand hier? Ah, guten Tag. Das kann ich für dich tun. Was treffe ich da jetzt? Ist das ein Elfer, oder wie? Das ist ein Mensch. Ein gepflegter Mensch, und er lächelt dir zu, braune Haare. Männlich, männlich, weiblich. Wenn, wenn nicht. Aha, okay. Das war das Arschloch, gell? Schönen guten Tag, ich hätte da mal eine Frage. Verkaufen Sie Dienstmädchenkleidung? Ja, natürlich. Ich habe welchem Angebot? Auch in meiner Größe? Einen Moment. Der Mann geht kurz zu einer Schublade, holt einen, eine Art Stab heraus, auf dem halt kleine Zeil, also kleine Striche drauf sind. Geht zu dir, hält ihn dir an. Ja, auch in meiner Größe. Müsste ich mal in Erinnerung ausziehen, oder geht's? Auch in meiner Größe? Gut. Wie teuer wäre denn eins? Nun, äh, so 60 Gold. 60 Gold. Aus was für einem Material besteht das denn? Naja, aus typischer, feiner Seite. Ich hatte eigentlich gedacht, für ein normales Dienstmädchen, kein Dienstmädchen von irgendeinem König. Nun, ja, also wollen sie so in Lumpenkleidung haben, für, keine Ahnung, irgendwelche niederen Arbeiten. Ja, Standarddienstmädchenkleid, jetzt nicht für Hochadel, sondern sagen wir mal so für niedrigen Adel oder sowas. Ja, okay, gut. Von mir aus für einen, für, für einen wohlhabenden Kaufmann, der sich ein Dienstmädchen leisten kann. Gut, okay, dann 20 Gold. Mhm, mhm, mhm. Aber das ist auch noch in meiner Größe. Natürlich. Mhm, mhm. Was ist denn, was ist denn dabei? Ist das nur ein schwarzes Kleid mit, mit, mit Schorze, oder? Ja. Mhm, mhm. Gut. Andere Frage. Haben sie eventuell noch Stoffreste, die sie nicht mehr brauchen? Mh, sicher einige, ja. Die müssten sie entsorgen, oder so, nicht? Oder kann man die einfach so kostenlos mitnehmen? Dann müssen sie sich nicht um die Entsorgung kümmern. Äh. Ich könnte sie zwar möglicherweise schon entsorgen, aber ich werde sie nicht kostenlos weggeben. Hm. Und wie viel würde das kosten? Na ja, sie scheinen ja sehr interessiert daran zu sein. Sagen wir nochmal 10 Gold. Na gut, dann lasse ich das. Dann nehme ich halt nur das Kleid, also... Wenn das eigentlich nur Müll ist, was sie wegschmeißen wollen, und sie wollen dann mir das hier für 10 Gold verhökern, dann können sie sich das mal... vergessen. Dann werde ich die Stoffreste halt woanders herkriegen. Hm. Ich meine ja bloß, es ist dann für sie... Ich weiß ja nicht, ob sie für die Entsorgung was zahlen müssten. So müssten sie absolut nichts dafür zahlen. Okay. Sagen wir... Vielleicht... Dann... Ein Gold? Ja, das können wir gerne machen. Also sprich, ein... Äh... Wie viel war es dann insgesamt? 21 Gold? Ja. Okay. Gut, dann haben wir einen Deal. Okay. Gut, dann geht der Schneider ins Lager und holt ein Dienstmädchenkleid draus und halt Stoffreste, die er dir dann hinlegt. Ja. 21 Gold. Bitte. Bitte sehr. Ich lasse sie auf den Tisch fallen. So. Gibt es hier eine Möglichkeit, wo ich mich umziehen könnte? Ja, da drüben. Zeig dir meine kleine Nische mit deinem Vorhang davor. Gut, dann werde ich das mal gleich anprobieren. Ich gehe dann rüber und ziehe mich um. Überprüfst du die Kabine, dass da nicht einer spannen kann? Oh doch, ich spann dir immer gerne wieder rum. Ahahaha. Na, ich denke mal nicht, dass die will spannen kommen. Da ist ja ein bisschen debris drauf zur Zeit. Und selbst wenn, ist mir das momentan egal. Ich habe andere Sachen... Nee, ich meinte vielleicht den Händler. Von mir aus. Wenn ich ne... Okay, so. Dann bin ich ja jetzt umgezogen. Dann schnappe ich mir meine Klamotten unter den Arm. Und... ...gehe aus dem Laden raus. Einen schönen Tag noch. Und natürlich die Dumpen auch. Oh, hi, Kuro. Aber ein Seidendienst-Mädchen-Outfit, wie die, die noch von meinen Eltern haben, die kosten gerade mal 25 Gold. Und das ist so eines, oder? Und das ist so eines, oder? Nein, das ist ein billigeres. Penelope, was hältst du davon? Wir gehen doch mal in den Laden. Denn ich glaube, er hat mich gerade betrogen. Und ich dachte, du magst sowas nicht. Ich stehe längst auf und stehe schon vor der Tür. Na dann komm, gehen wir mal zurück. Ich klopke mal ganz freundlich. Äh, herein? Ja, hallo. Guten Tag. Königsloche von Baranta. Äh, was wollen Sie denn hier? Ich wollte Sie nur mal fragen, ob Sie wissen, dass Sie Kunden über den normalen Handelspreis informieren müssen. Ähm, wenn Sie nicht nachfragen? Allerdings wollte ich mal fragen, wenn Sie das Ganze für 60 Gold bei hochwertigen Klamotten verkaufen, wie viel gehen denn da an Steuern ab? Ähm... Ist wirklich nur die für die 25 Gold, richtig? Seht, das ist korrekt. Ja, ist immer ein Angebot. Knie brechen? Ich sage, der Königswache war hier von noch nicht. Und dafür lassen wir dieses Lumpenkleid, was normal 10 Gold kostet, wieder hier. Sie geben uns eines ihrer hochwertigen 60 Gold Kleider und wir bekommen die 21 Gold komplett wieder und Quante bleibt fürs erste Mal noch unter verschlossenen Lippen. Ich möchte nämlich heute keinen Stress machen. Ich muss heute hier noch aus dieser Stadt raus und das würde wieder einige Tage dauern. Ähm... der Schneider krummelt etwas, legt die 21 Gold auf den Tisch und holt ein gutes Lippenkleid. Okay, von mir aus. Ach ja, und eine Sache hätte ich noch. Was? Mir gefällt dein Ton nicht. Geschäfte zu machen. Sie könnten übrigens ruhig etwas freundlicher sein, Etikette ist alles. Und ich verlange übrigens ab sofort, dass sie alles zum Normalpreis verkaufen. Ansonsten kommt der Zwerg mit seinem Hammer und bricht Knie. Klingt das nach einem Deal? Ja, natürlich, natürlich. Ich werde keine mehr über den Tisch ziehen. Vielen herzlichen Dank. Nun denn, ich nehme die Klamotten, werfe ihnen das Kleid vor die Füße, das Gold gebe ich Kuro und wir gehen wieder heraus. Soll ich etwa nackt ausgehen? Ach so, ja, stimmt, du ziehst erst mal noch das hochwertige Kleid natürlich an. Danke. Dann, schönen Tag noch. Die 21. kannst du dir wieder dazu rechnen, Kuro? Jo, habe ich schon. Nun, ich habe euch recht, dass ich auf diese Art und Weise mit diesem Problem umgegangen bin. Ja, ja. Erstmal den Einfluss ausnutzen. Wieso denn Einfluss? Naja, so als Königswache eigentlich. Genau. Es ist nur mein Recht gewesen, Ordnung zu schaffen und wenn er etwas so dermaßen Asoziales macht und die Leute abzockt. Das ist schon wichtig. Okay, dann machen wir uns jetzt weiter. Aber es ist ja schön, dass du das direkt erkannt hast. Beim letzten Mal hast du dich ja mit Iris abzocken lassen. Ja. Deshalb aus Fehlern lernt man. Und ja, Kuro, meintest du das gestern eigentlich wirklich ernst, dass die Party dir gefallen hat? Party? War das nicht eins aufgelagert? Das ist das gleiche. Okay, wo gehen wir als nächstes hin? Was seid ihr von den Gemischtwarenladen? Ja, wir sollten erst mal die anderen Sachen machen, weil im Gemischtwarenladen können wir dann den ganzen Rest holen, was wir brauchen. Dann auf zum Alchemieladen. Wollen wir nicht erst mal zum Schmied, der ist näher dran? Okay, dann auf zum Schmied wieder. Ja, gut, dann. Jei. Wenige Minuten, circa eine. Der hätte im Schneider auch noch eine permanente Versicherung machen können, dafür, dass das Kleid jedes Mal nach Schaden repariert wird. Oh, gehst du jetzt doch unter den Betrüger? Nein, ich würde einfach nur Recht und Ordnung schaffen. Er verkauft das Ganze jetzt wieder zum Normalpreis, anstatt die Leute abzuzocken, damit auch die rechten Steuern einkommen. Du solltest vielleicht mal hin und wieder prüfen, dass das stimmt. Genau. dann gehen wir mal zum Schmied. Du fängst an. Okay. Guten Tag, ist jemand da? Ja, hey, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Ich warte übrigens wieder draußen. ich warte draußen. Ich hätte es gerne, dass du hier bleibst, weil der Typ mich über den Tisch ziehen will. Mit dem Preis. Der Schmied hier ist wirklich top, sonst hätte ich ihn auch nicht eingeladen. Okay. Haben Sie eine Möglichkeit, mir eine, was kostet ihre beste Armbrust? Die beste Armbrust? Uh. Also, sie meinen, ja, also wir hätten hier eine von wirklich ausgezeichneter Qualität. Die kostet aber 100 Gold. Gut, ähm, und was würde... Die zweite kostet, beste kostet 10. 10 Gold. Mhm. Gut, dann würde ich, was kosten so Bolzen? Äh, Bolzen kosten, ähm, ja, so 10, ja, beziehungsweise ein Silber das Stück. Okay, dann würde ich die Armbrust geben und 215 Bolzen. Du meinst, die Armbrust für 10 Goldstücke, oder? 100 Gold. Wie viele Bolzen? Äh, na gut, ich nehme 100 Bolzen. Okay, 100 Bolzen, also 10 Gold. Wieso 10 Gold? War nicht die beste für 100 Gold? Nein, ich meine 10 Gold an Bolzen. Also 110 Gold insgesamt. Hä, war das nicht ein Silber pro? Ja, ein Silber, und wenn du 100 Bolzen? 100 Silber macht 10 Gold, 10 Silber macht ein Gold. Ach, scheiße, okay. Äh, hm. Na gut, ich denke mal, na gut, dann nehme ich 15 Bolzen. Dann nehme ich 15 Bolzen. Okay, das macht dann 101 Gold und 5 Silber. Gut. Holst du noch irgendwas? Das wär's dann erstmal. Und dann, Xorias, du wolltest auch noch was holen? Ich wollte, äh, meine Knalle abholen. Ähm, hatte ich irgendwas noch bestellt beim Schmied? Ich weiß. Das musst du leider wissen. Scheiße. Nee, du hattest nichts bestellt. Ähm, nicht, dass ich wüsste. Mir war so, als hätte ich noch irgendwas machen lassen und das würde noch irgendwie dauern oder so. Naja, gut. Okay, ähm, ich überleg gerade, was für eine Qualität das war. Ja? Ja. Was ist bei der Kralle? Ja. Und du dachtest, 10 Silber sind 1 Gold, ja? Ja. Nee, 100. Nein, 10 Silber sind 1 Gold. 10? Ja. Ja. Ich hab auch gedacht, 100 Silber wären 1 Gold. Immer. Also, was vorher. Wenn 10 Silber sind, okay, dann hab ich 10 Gold mehr. sind immerhin 10er Schritten. Genau. So. Ähm, sorry, äh, weißt du noch, ob du Silber oder Gold ausgegeben hast für deine Waffe? Hat's nicht vergessen, dass man das bei der Abholung zahlt? Okay. Wir haben vorher bezahlt, meine ich. Ja. Das Wort vorher bezahlt. Was waren denn nochmal die Preise für Schlecht und Gut? Gut war 10. Schlecht ist 8 Silber und Gut ist 10 Gold. Äh, ich glaub, dann hab ich die 10 Gold gezahlt. Muss ich irgendwas für die Armbrust notieren für später? Äh, ja, das sag ich dir gleich. Ähm, jedenfalls, der Zwer kommt erst mal zurück und reicht dir halt die Armbrust und halt entsprechend 15 Bolzen. Okay. Gut, ähm, die Armbrust hat plus 25 Schaden. Puh! Okay, Bolzen? Ist da irgendwas wichtig? Äh, ne, die Bolzen haben, sind einfach bloß seine Munition. und die machen jetzt nicht extra Schaden. Also, außer du tust sie irgendwie aufwerten. Okay. Naja, vielleicht, wenn ich irgendwann das Material habe, kann ich sie ja mit Schlafmitteln verpassen und dann kann ich dann halt noch schön und die anderen dann halt schön auf das Opfer dann bannern. mit Schlägen mit Schlägen und was auch immer. Mhm. Sonja! Gut, ähm, ja, jedenfalls, es sind halt 15 Schuss mit dieser Armbrust. Die Bolzen kann man natürlich, wenn du sie wieder findest, wiederverwenden. so, jedenfalls, äh, damit hast du das erstmal. Luxorius, du kriegst dann deine Kralle. Waren es eine oder zwei? Weißt du das noch? Äh, ich glaube, das war eine. Eine. Okay. Dann gucken wir mal, was die Kralle für Werte hat. Weil zu dem Zeitpunkt hatten wir die Belohnung noch nicht bekommen, da hab ich bestimmt keine 20 Gold ausgegeben. So, gut. So, dann, äh, der Zwerg kommt dann mit der Kralle zurück, legt sie dann auf den Tresen. So, bitte sehr, sie ist fertig. Sollte sich hoffentlich gut anfühlen in der Hand. Ähm, so, und die hat dann plus 14 Schaden. Plus 14 Schaden, äh, die ist heftiger als meine Sensor. Oh, ich kann jetzt schauen. Er hat auch zwei Sechsen gekriegt. Hm. Wo war jetzt der Schaden nochmal? Welcher Wert war das? Da schreibst du hinter den Namen, post einfach plus 16. äh, plus 14. Herr Schmid? Ja, ja, aber ich frag ja die Werte. Wobei das ist, äh, ich muss ja dann wissen, was für ein, wer für ein, ein Tag und Parade, oder was? Ja, wobei die Kralle fällt ja wieder, die Kralle fällt dann praktisch unter ne anderen, unter ne Waffenkategorie. Die, kommen wir später zu. die Waffe an sich, der Extraschaden ist natürlich plus 14 erstmal. Äh, die Kralle, ich muss mal gucken, was haben wir denn so für Waffenkategorien? Ähm, ich würde ja sagen, das ist dann, ne, gibt's, gibt's ne Schnittwaffen oder sowas? oder Faustwaffen? Also es gab, äh, es gab, äh, im Originalen, das schwarze Auge, eine vergleichbare Waffe, das nannte sich Orchidee. Das war auch so ne Krallenwaffe. Okay. Und jetzt bin ich mir aber unsicher, ich hab im Hinterkopf, dass die Orchidee auf Raufen und Ring gegangen ist, weil man eben so direkt in den Nahkampf damit geht, also nicht, dass das, wie so ne Erfweiter. Dann kannst du von mir aus mit Raufen das Ganze würfeln. Das hieße, ich hätte damit dieselben Werte, wie ich sonst auf Raufen und Ring habe. Ja. Okay. Gut. Ähm, war sonst noch irgendwas bei Schmied? Ähm, ja, ich wollte noch. So, warte mal, ich schick mal ein Bild, weil ich möchte den Schmied fragen, ob er eventuell einen Krallenhandschuh hat, jetzt nicht zum Kämpfen, sondern mehr so zum Klettern gedacht. Ich hab mal ein Bild geschickt, wie ich das meine, dass er, dass man sich damit in Wände oder so besser krallen kann, Bäume etc. zum Klettern. Ja, ähm, es ist halt eine Rüstung mit langen Fingern vorne dran, es ist nicht zum Kämpfen gedacht, sondern zum Klettern. Ja, das, äh, hattest du, hattest du Handschuh-Rüstung oder sowas? Ich hatte, ich hatte, ich hab Handschuhe an, ja. Äh, sind das Lederhandschuhe oder? Hm? Nö, ähm, also Handschuhe zum Klettern. Ich könnte an deine Handschuhe etwas anbringen, was das dafür helfen sollte. Hm, also Klauen für die linke Hand rechts brauch ich die nicht. Alles klar. Kann ich machen. Das würde, das würde nicht lange dauern. Hm, wie viel würde mich das kosten? Äh, das ist ein einfacher Eingriff. Ich würde mal sagen, mehr als ein Silberpächer. brauchst du da schon bezahlen. Alles klar. Noch eine andere Frage, ein Blasrohr oder sowas haben sie nicht, oder? Nein. Tut mir leid. Dann würde ich noch, äh, so eine, so eine Armbrust für 10 Gold nehmen und auch nochmal 15, oder nee, 10 Bolzen. Okay. Das macht dann 11 Gold. Hm. Und die Armbrust, die du bekommst, halb plus 8 Schaden. Alles klar. Schauen. So, minus 11, 2, alles klar. Jetzt. Wie lange würde das mit dem Handschuh ungefähr dauern? In 2 Stunden bin ich fertig. Alles klar, dann komme ich in 2 Stunden wieder. Bis dann. Ja, bis dann. Ah ja, ich vergesse natürlich nicht, die Armbrust und die Bolzen einzustecken. Mhm. So. Nun dann, gehen wir wieder raus zu Penelope. Mhm. Okay. Ich möchte anmerken, nur zum Vergleich, ne, Xorias, die Armbrust und deine Waffe sind von derselben Qualität. Und bei der Armbrust war es plus 8, bei dir ist es plus 14. Das zeigt, wie gut du ein Wurf-Ergebnis hattest. Wer ich? Meine Wensa hat halt nur plus 11. Ja. Hm. Aber ich muss sagen, meine, die Armbrust, die hat nur die Hälfte von der, von der Angriffskraft von Xorias, aber ich habe nur ein Zehntel dafür bezahlt. Wieso nur ein Zehntel? Du hast genauso viel bezahlt. Du hast genauso viel bezahlt. Das, was Stiebel bezahlt hat für die Armbrust, die hat ja 22 Schaden. Ach, die hat 2? Achso, die Armbrust hat 22 Schaden. Nein, egal, 22, 25. Achso, dann habe ich es gerade falsch verstanden. Ne, ne, es ging jetzt um die Waffe von Xorias, die Kralle. Achso. Naja. Ich habe kein Problem damit, dass ich jetzt, Moment, also bei guten Würfen, boah, mal jetzt zum Teil das vierfache anschaden. Ja. Ist doch super. Ja. Und, ich bin nützlich. Und du kannst jetzt zaubern. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, du wirst im Vorhinein zaubern. Und ich kann jetzt auch von Weitem was machen. Ja, nicht nur du. Okay, also dann jetzt ab zum Eich Mist. Gut, wenn alle dann so fertig sind, dann könnt du ja weiter wieder. Ja. Ja, dann, die Fahrzeuge Mist dauert natürlich wenige Sekunden. Guten Tag, Mana. Guten Tag. Hallo. Was für eine Unterwäsche gehabt? Was kann ich heute fürchten? Ich möchte wissen, was würde das kosten, worüber wir gestern gesprochen hatten? Achso, das Lehrbuch. Das kostet so circa ein Gold mit nichts. Dann gebe ich dir zwei Gold. Was ist das für ein Buch, wenn ich fragen kann? Ah ne, ein Gold. Ich bin ja geldgierig. Was ist das für ein Buch? Ne, Grundwissende Alchemie. Aha. Wie man halt einfache Tränke mixt, et cetera. Mana, hast du noch so ein Buch auf Lager? Natürlich. Klar. Gut, dann würde ich auch eins nehmen. Und, was hast du denn so an Giftbücher da? Außer das Betäubungsgiftbuch. Na ja, ich habe mehrere verschiedene irgendwelche Präferenzen. Na ja, tödliches Gift und Gift, was einen blendet. Also ich habe nicht nur das Grundwissen, sondern auch halt für Betäubung, ja? Weil ich, darüber hatten wir auch gesprochen den Tag vorher. Du meinst dieses, die Schlaftränke? Ja. Das ist im Grundwissen mit drin. Achso. Das ist Grundwissen mit drin. Welche Gifte sind denn alles im Grundwissen drin? Ähm, Grundwissen ist nur ungefähr, wie man Gifte herstellt, aber nicht, aber der Rest müsstest da austesten. Achso. Weil du gesagt hast, dass das mit dem Schlafgift... Ja, das ist kein Schlafgift, das ist ein Schlaftrank. Ich möchte das nochmal wiederholen. Schlaftrank ist, wenn du es halt zu dir nimmst, Schlafgift ist, wenn du es injizierst. Fuck. Das heißt, ich kann meine Bolzen nicht damit dann überziehen, das heißt, ich muss nochmal extra lernen. Ja, richtig. Also, wenn du ein Schlafgift möchtest für deine Bolzen, dann müsstest du auch Gifte lernen. noch. Kuro, ich habe aber auch erfahren, dass du halt sowas wie gewisse Herstellungsmaterialien brauchst. Ja. Ich werde die mir nächstes Mal kaufen, weil ich habe keinen Gold mehr. Ja, ein paar davon werde ich jetzt schon besorgen, weil ich habe noch was. Also, du hast für alle drei Giftsorten, die du hast, hast du Bücher hast du gesagt, ne? Es ist richtig, ja. Ich habe auch für die anderen Bücher, also. Aha. Wie gesagt, pro Buch würde ich ein Gold verlangen. Pro Buch ein Gold. Wie viel Bücher hast du denn dann da? Ähm, ca. fünf Stück. Fünf Stück und da ist Schlaf, Blend, Gift und Paralyse dabei. Schlafgift, Blend, also Sinnesgift, das gehört zu Blendgift, dann tödliches Gift, Schlämungsgift und, äh, ja. Okay. Und zu, 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 zu diesem Buch gibt es dann noch einen Mörser dazu? Ja, das, das gibt es dazu. Gut. Was bräuchte ich denn noch für Alchemie-Werkzeug? Das gibt es beim Basisbuch dazu. Mhm, gut. Dann würde ich einmal das Basisbuch also das andere, was noch wichtig wäre, sind halt die entsprechenden Zutaten. Die Zutaten sucht ihr euch am besten selber oder kauft sie halt mit Sprit dran. Die Zutaten stehen, stehen aber im Buch drinnen, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, dass ich ein Basisbuch nehme und die fünf Gift, äh, die fünf Giftbücher. Gut, dann macht das sechs Gold. Okay. Bitte sehr, ich nehme die raus und lege sie auf den Tresen. So, dann legt sie jetzt halt, wie gesagt, sieben Bücher hin. Das Basis für Stivel, das Basis für Kuro und dann die fünf Giftbücher. Dazu für Stivel noch, äh, Fiolen und, äh, also so drei Fiolen und, äh, drei Reagenzgläser. Für Kuro drei Fiolen, drei Reagenzgläser und ein Stößel Mürsel und, ja, äh, ein paar Behältnisse für Zutaten. Ja. Das war's. Alles klar. Na, dann sind wir doch schon mal richtig gut ausgedeckt. Brauchen wir sonst noch? Wollen wir einfach... Hm. Äh, du hast gesagt, du hast Öle, die zum Beispiel schön rutschig sind? Ähm, kann die ganzen Materialien dann nochmal aufgeschrieben werden? Ich kam da nicht so ganz mit. Naja, du hast lediglich jetzt, äh, drei Fiolen und drei Reagenzgläser zusätzlich. Zu deinem Buch. Die restlichen Dinge waren ja alle von Kuro. Ähm. Ein Mörser, drei, drei Fiolen, drei Reagenzgläser und Behälter für Zutaten. Mhm. So, ja. Und was sind das für, für, für Öle? Na ja, wir haben, äh, halt, Palmöl zum Beispiel und, äh, Erdöl. Auch irgendeins, was richtig schön rutschig ist, wo man leicht drauf ausrutscht? Ich möchte anmerken, ich kenne mich nicht ganz gut mit der Rutschigkeit von Ölen aus. Ja, dann sagst du halt, was weiß ich. Sonnenblumenöl hier, sehr, super rutschig. Sagst du irgendwas aus irgendeiner Fantasy-Pflanze oder so und fertig ist? Das muss ja Rauenöl, so. Ja, oder sowas halt. Ja, hier auch, Rauenöl. Mit, mit, äh, Rutschsicherheit 10.000 Faktoren. Rutschigkeit, Rutschigkeit. Äh. Ja, okay. Wie teuer wär's denn? Hilft auch gegen, mit Micken, bist du? Die Micken werden dann von Betrug. Äh, Wie teuer das wär. Äh, ja, äh, dafür ein Fünftel, aber für, äh, eine Flasche. Wie viel würde ich kriegen für ein Gold? Zwei Flaschen. Zwei Flaschen. Gut, dann machen wir für fünf Gold zehn Flaschen. Okay. Gut, dann stellst du dir zehn Flaschen davon hin. Okay. Okay. So, ähm, Heiltränke. Äh, was hast du denn noch an Heiltränken da? Ja, äh, kurz ne Klang gucken. Xorias, äh, möchtest du nicht lieber noch ein paar Mana-Portionen kaufen? Das hatte ich auch überlegt. Ich wollte, äh, aber auch die Wirkung vergiften auf mich. Ja, nur, nur, dass ich jetzt hier nicht alles kaufen muss. Ach ja, ich hätte mal in meinen Preisliste gucken sollen, naja. Ich hab, ich hab, ich hab euch die Bücher für ein Gold verkauft, ich hab mir 17 Gold aufgeschrieben. Ich weiß, ich hab' ich nichts gesagt. Alles klar. Gut, okay. Wie viel hätten die dann gekostet? 17 1. Ich hab mir hier 17 1 aufgeschrieben, ja. Egal, passt schon. Ihr müsst es euch ja dafür selbst beibringen. Ja. Gut, okay, ähm, ja, Tränke, äh, hab ich ja gute, schlechte und perfekte Qualität. 5 Silber, 8 Silber, 3 Gold. Naja, dann nehm ich, nehm ich 10 für 5 Silber. 10 für 5 Silber, alles klar, also ein, äh, 5 Gold. Ja. Ähm, welche Sorte? Heiltrinker, oder? Heiltrinker, ja. Gut, okay. Das war, wie viel jetzt eigentlich 10, Jetzt hast du 10 Heiltrinker, die jeweils 5 Lebenspunkte. Okay. Wer hält da das, das ganz krass, da? gut. Alles klar. Na, dann hab ich ja noch richtig guten Fang gemacht. Warte mal, was waren nochmal die Bücher, also das war eben normales Gift, Gift, Schlaf, ne? Äh, Sinnes, Sinnesvernebelung. Ja. Gift, Schlaf, Sinnesvernebelung, äh, tödlich, äh, und Paralyse. Und Paralyse. Und was macht normales Gift? Es ist dann praktisch eine Grundanleitung zum Zusammenxen vom Gift. Ne, weil, 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 ich hatte, ich hab jetzt, äh, Schlaf, Sinnes, äh, Paralyse. Und was ist das fünfte dann? Paralyse, tödlich, äh, das fünfte, Erzürnung oder sowas, was die, was die, was die verwirrt? Äh, ja genau, genau, das war's. Es ist, verwirrend. Ja, verwirrend. Na, das war's. Alles klar, Jut, dann hab ich dich. Ist doch schon eine gute Basis. Mhm. Und dann. So, sonst noch irgendwas? Ich weiß ja nicht, muss Xorias noch kaufen? Ich, ich wollte warten, bis du fertig bist. Ja, ich hab ja jetzt meine Transaktion gemacht. Dann, würde ich, äh, wie viel, kosten die Astralfränke? Die will? Die will, bei dir hört man's irgendwie doppelt gerade. Man hört uns schon die ganze Zeit begabt auf uns. Echt? Also, ich, 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 so, also, jetzt hält's nicht mehr. Kurzzeitlich war auch mehr vom Hintergrund zu hören. Mh, naja, jedenfalls, äh, zurück zum, ja. Also, was möchtest du? Wie viel kostet denn die Astralfränke? Die kosten dasselbe wie Heiltränke. Also, ein, äh, schlechte Qualität kostet 5, äh, äh, gute 10, äh, gute 8 und, äh, perfekte halt 3 Gold. Dann würde ich 10 von guter Qualität nehmen. Also macht es 8 Gold. Mhm. Und dann würde ich gerne noch jeweils eine Giftsorte und das jeweilige Gegenmittel haben wollen. Okay. Ähm, das heißt, auch da ist natürlich die Qualitätsfrage. Reicht dir da die schlechte, oder? Hm. Müsste eigentlich ausrechnen rein, um den Effekt zu überprüfen, oder? Ja, ja, genau. Müsste eigentlich ausrechnen dafür. Ja. Was es nur darum geht, dann mach das insgesamt. Also insgesamt zusammen 13. 13, was? 13 Gold insgesamt, also mit den Tränken und dem Gift. Und dem Gegengift. Okay. Oder hast du nicht verstanden, welche, äh, welche Erwährung Gold? Äh, ich hab nur gerade für die Astralfränke schon abgezogen, deswegen bräuchte ich... Achso, ja, dann nochmal 5 Gold abziehen. Ah, okay. Ja. Okay. So, äh, kannst du euch bei den Astralfränken aufschreiben, die regenerieren 10 ASP pro Trank. Doppelt so viel wie Leben. Okay, gut. Und welche Gifte hab ich dann jetzt? Die SEM, die auch Kura als Bücher hat. Also, tödliches Gift, Paralysegift... Du hattest aber vorhin gesagt, dass der nur 3 Gifte im Laden, dass die nur 3 Gifte im Laden... Ja, stimmt, hast recht. Ja, dann, dann, gib dir mal noch 2 Gold zurück, weil ich hab grad nicht drin gedacht, das ist nur 3 Ding. Ja, ich komm grad durcheinander. Okay. Äh, also 2 Gold zurück. Dann hast du jetzt tödliches Gift, Paralysegift und, äh, was war das dritte? Sinnes. Ja, genau, Sinnes. Du weißt, das Gegenmittel zu Alkohol. Und praktisch dann die Gegenmittel dazu, ja. So, äh, Moment, ich notier mir das eben. Die ganzen Waren und Preise sind ziemlich schwierig, das kenne ich ganz ehrlich zu. Ja, es ist, es ist... Wie im echten Leben halt, ne? Hm. Vor allem, wenn ich halt hier alles Waren von meinem, wir selbst nehme und nicht einfach nur vorgegeben, ne? Hm. So, gut, dann wäre es das von meiner Seite. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Mana. Ja. Wir sehen uns dann sicher in einer anderen Stadt. Ja, ich freu mich schon drauf. Bis bald, Mana. Bis bald. Bis bald. So. Gut. Wie viel Zeit ist denn eigentlich jetzt schon vergangen, in der wir jetzt hier rumgestiefelt sind? Ist noch nicht so viel, warum? Also sind noch nicht zwei Stunden rum. Ihr wart in einen Laden. Naja, deswegen ja. Sagen wir mal, dann ist vor einer halben Stunde rum. Ja, also noch anderthalb Stunden. Okay. Müsst ihr jetzt noch irgendwo hin? Wenn nicht, dann würde ich gerne mal mit Penelope zum Magio gehen. Dann lass uns dorthin. Gut. Hüpfen wir wieder alle in den Wagen. Ja, und ihr seid dann in wenigen Minuten da. Ich dachte schon, der Magierhändler fängt damit. Yo. Dann sag mal. Weißt du, was auch richtig geil war? Wenn wir mal irgendwo so einen anderen Alchemieladen oder so finden und der Chef da, der Händler oder so, der einfach so vollbreit so. Yo. Was kann ich denn Gutes für euch tun? Ich hätte gerne dasselbe, was du hattest. Ja, genau. Okay. Na dann. Seid ihr beim Magieladen? Hallo, guten Tag. Hallo. Was kann ich für euch tun? Also, ich wollte mal fragen, wie viel würde denn eine Verzauberung bei Ihnen kosten? Guck, hier hat es ja gleiche Preisliste. Ähm... Wegen Gold waren es, gell? Zwei Gold pro Verzauberung. Zwei? Mhm. Okay. Ähm... Und zwar, ich hätte hier wirklich einige Sachen zum Verzaubern. Und zwar... Meine normalen Handschuhe. Ich würde gerne meine Sense verzaubern lassen. So wie Schuhe, Beinschutz, mein Brustschutz und mein Helm. Wenn das für sie okay wäre. Okay. Was hättest du denn gerne? Ich würde gerne mit den Handschuhen anfangen. Was wäre denn dort möglich? Weißt du was? Bevor ich das jetzt alles vorlese. Ich schick's mir einfach und ich schreib dir auf, was ich wo haben möchte. Ich schick's dir hier und dann sag mir bitte einfach, was du haben möchtest. Mhm. Verstärkte Rüstung, Resistenz. Ach, verstärken. Kannst du mir das auch schicken? Vielleicht wäre das... Ja. Ich schick's euch allen einfach mal. Ja. So, hier und... Hier und... Hier. Das ist ein hübsches Bild einer Kralle, sehe ich gerade. Jo, das ist, weil ich ein Bild schicken wollte, wie meine Dings aussehen sollen. Der Krallenhandschuh. Damit auch weiß ich, was ich ungefähr vorstelle. Wie kann ich Dehnbarkeit verstehen? Dehnbarkeit geht darum, dass... Ja, wenn du halt eine sehr schwerfällige Rüstung hast, dass du dann halt der Meinung bist, du möchtest sehr flexibel damit sein. Achso, ja, okay. Dann fasst die Rüstung sich praktisch deinem Körper an. In jeder Situation. Okay, dann hätte ich gerne... Schnelle Reaktion ist auf alles anwendbar? Äh, ja. Okay, dann hätte ich gerne schnelle Reaktion auf meine Handschuhe. Mhm. Quasi insgesamt, das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Das heißt, ich kann mir schon mal 12 Gold abziehen, gell? Mhm. Also hier habe ich dann jetzt als Verzauberung schnelle Reaktion drauf. Mhm. Das ist plus 3 Init. Mhm. Plus 3... So. Auf meinen Schuhen. Mhm. Mhm. Auf den Schuhen hätte ich dann gerne... Ach komm, ich scheiße einfach drauf. Ich packe da überall jetzt viermal verstärkte Rüstung drauf. Okay? Auf was, viermal? Auf Schuhe, Beine, Brust und Kopf. Schuhe und Beine zählt für mich eigentlich... Ja, gut. Das war als separate. Ja, okay, gut. Ja, okay, gut. Dann... Schuhe, Beine, Puss und Kopf. Also das verstärkte Rüstung, okay. Ja. Also das hätte überall dann plus 5. Mhm. Und bei meinem Waffenslot... Da wäre eigentlich das klügste... Waffen verstärken, also plus 5. Okay. Okay. Dann... Hier sind meine ganzen Sachen. Das sind die jeweiligen Verzauberungen, die ich gerne drauf hätte. Ja. Dann... Nimmt sich der Händler die Verzauberung und... Äh, die Sachen und... Äh... Nach einer Weile... Kehrter, kommt er dann zurück. Deine ganze Ausrüstung leuchtet in verschiedenen Farben. Und ja. Danke sehr. Das hätte so glücklich sein... Da... Es leuchtet... Es rüchte mir der Zeit ein bisschen auf. Das klingt... Dass du nicht als Regenbogenmenschen durchgeklingst. Taste the rainbow, motherfucker! Ja. Aber auf jeden Fall... Dann bin ich jetzt dran... So, ich lege meinen Dolch auf den Tisch... Und äh... Mein Lederbrustpanzer und sage... Ich möchte bitte auf meinem... Dolch... Äh... Waffe verstärken. Mhm. Und auf den Brustpanzer hätte ich gerne Camouflage. Okay. Aber kann ich das noch an andere Rüstungsteile machen oder nur Brustteile? Oder könnte ich das auch an meinen Umhang machen? Das geht nur auf den... Auf den Brustteil und das wirkt aber dann auf das Gesamte. Das ist gut. Also ne... Also mache ich immer Brustteil... Und äh... Hebenwaffe verstärken. Von dem Guten durch. Okay. Das macht dann vier Gold. Jop. Lege ich auf den Tisch. So, und dann bringt er das kurz in den hinteren Raum, bevor es dann wieder zurückholt. Auch... Leuchtende... Dann komme ich nach dir in den Laden, ne? Mhm. Steht durch die Tür. Ja, dann... Hallo. Hi. Ich würde gerne meine Kralle bei Ihnen verzaubern lassen. Natürlich. Womit denn? Ich würde gerne Ihren Schaden erhöhen lassen. Das lässt sich einrichten. Einen Moment. Und zwei Gold, bitte. Bitte sehr. Gut, dann... Kommt auch kurz der Raffen zurück. Sie leuchtet leicht rötlich. Ach, das ist für ein Schaden. Ne, 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 ne. Entweder klappt das Zaubern oder ich schneide sie halt alle in Scheibchen. Wie viel macht... Wie viel macht Stievels Armbrust? Die macht... 25. 25. Gut, dann habe ich jetzt mit meinem Deutsch nur noch zwei Unterschiede, weil ich mache jetzt 23. Schade. Aber Stievel hat seinen Armbrust nicht verzaubert. Apropos... Auf einmal ruppig die Tür aufkommt und drücke... Ich habe noch was vergessen. Ich knall meine Armbrust auf den Tisch. Mit der anderen Hand haue ich zwei Goldstücke auf den Tisch. Die Armbrust bitte auch mit Waffe verstärken. Alles klar. Der macht heute das Geschäft seines Lebens. Zwei Gold. Wünscht, die Armbrust nach wenigen Minuten hast du es wieder. Woran merkt man, dass der Magille einen guten Umsatz gemacht hat? Aus seiner Tür leuchtet der Regenbogen. Es kommen nur leuchtende Leute raus. Das ist die Rainbow Group. Ich möchte übrigens anmerken, dass Camouflage... Das steht ja nicht dabei. Das sorgt dafür, dass du bei solchen Aktionen, wo du halt ungesehen bleiben musst, möchtest, dass du da alles einen leichteren Wurf hast. Schluss drei mindestens. Das muss ich mir mal noch aufschreiben. Wir überlegen, ob ich mir nicht irgendwann eine Robe zulegen sollte, einfach wegen dieser halbierten Zauberkosten. Die wäre für Iris praktisch gewesen. Und dann kam der Hammer. Du kannst den Stein ruhig einwickeln. Also... Dann kam der Bannhammer und alles änderte sich. Wie war das jetzt? Camouflage plus drei, ne? Ja, mindestens drei. Schluss drei, gut. Ah, das klingt doch schon mal gut. Das hilft mir dann auch beim Verstecken und so, ne? Mhm. Ja, das ist schön. Verstecken, schleichen... Warte mal, ich gucke mal, was noch? Einen Moment kurz. Äh... Camouflage, Kammer. Taschendebstahl. Äh, verkleiden. Ja. Das sind so die, wo es auf jeden Fall hilft. Ja, Leute. Weil mir dann zum Gemüse... Wenn ich Geld habe, kann ich ja auch Camouflage auf meine Rüstung machen. Die hättest du ja noch nicht verzaubert. Jeje. Ja, das kannst du machen. Okay. Boah, ich hab noch so viel Gold. Das könnte dann auch zwei Gold machen. Ja, momentan hab ich kein Gold mehr. Wo hast du denn so viel Gold eigentlich ausgegeben? Am Puss. Ach stimmt, du hast ja 100 Gold. Ah ja. Da war ja was. Das hätte ich fast vergessen. Also... Wenn ich machen muss so... Stiebel guckt neidisch auf meine Rüstung. Ich guck so runter. Stiebel, soll ich dir vielleicht mal kurz aushelfen? Wäre nett, ja. Hat das irgendwelche Verpflichtungen? Nur, dass du mir das Geld wiedergibst. Wie hängt das da zusammen mit der Goldgear, Osoma? Es fällt dir schwer, es zurückzahlen, aber du würdest es zurückzahlen. Okay. In kleinen Raten. Nja. Ein Silber pro Monat. Ja. Nun dann, ich greife in die Tasche und... Du würdest aber auf keinen Fall mehr zurückzahlen, als du gekriegt hast. Ne, verlange ich auch nicht. Ich schnapp sie in zwei Gold zu. Vielleicht hätte ich gerne Verzauberung auf meine Rüstung mit Camouflage. Ja, okay. Heute ist ein sehr geschäftiger Tag. Wisst du, was mir gerade einfällt? Vielleicht hätten wir eine Sammelbestellung machen sollen, dann hätten wir vielleicht einen Rabatt kriegen können. Ah. Alles gut. Gut, okay. Nach kurzer Zeit kommt dann auch eine schimmernde Rüstung heraus. Wir sparkeln bis wir jetzt nicht mehr. Ist da ein bestimmter Wert auf Camouflage, den ich wissen muss? Wie gesagt, du bist drei auf diese ganzen Versteckwerte. Also, das Camouflage, solange du das hast, das sind halt bei den ganzen, wo sich Verstecken halt hilfreich ist, dann kriegst du bis drei. Also, das ist Schleichen, das ist sich Verstecken, das ist Taschendiebstahl und das ist sich Verkleiden. Mensch, jetzt kann der Zwerg sich tatsächlich verstecken und auch schleichen. Zwerg mit Schleichfähigkeiten ist auch was Besonderes, ja. Und Taschendiebstahl, ja. Na gut, Verstecken, das kann man sich ganz gut vorstellen. Ja, ist ja schon so klein, dann kann man sich zum Beispiel in so einen Baumstumpf rindstellen. Die Grenade dran vorbei. Du wirst seine Rüstung scheppern, aber du siehst ihn einfach nicht. Guck nach unten. Pro-Tip. Oder so, müsst ihr euch vorstellen. Aus dem her kommt es aus einer dunklen Ecke, so ein Hammer, wie die Evox. Gut, dann seid ihr jetzt beim McGee-Laden fertig? Ja, beim Gemischwaren-Laden. Wie viel Zeit ist denn da jetzt draufgegangen? Also, da wart ihr relativ lange, es ist jetzt sicher fertig bei der Schmiede. Gut, ihr könnt ja schon mal zum Gemischwaren-Laden gehen, ich renne mal schnell zum Schmied und hole meinen Handschuh ab. Okay, dann, und danach brechen wir auf. Ja. Okay. Gut. Hast du gerade Drangentöten gesagt? Steve? War das ein Drangentöten? Du bist also auch dabei? Beim Schmied angekommen, lächelt dich der Schmied schon an. Jo, bist ja wieder. Deine Handschule fertig. Super. Gleich mal anprobieren. Ziehen über, richtig schön klauen. Ja. Willst du den auch noch verzaubern lassen? Der zählt, also du hattest doch den Handschuh schon verschaut, oder? Ja, ja. Der zählt einfach noch. Ja, ja, das habe ich gehofft, dass die Verzauberung bleibt. Gut. Wo kann ich mich denn überall mit den Krallen rinnschlagen? Mhm. Auf jeden Fall in sämtliches Holz. Und auch in leichteren Steinen. Mhm. Also könnte ich rein theoretisch damit eine Steinwand entlangkleiden, runterrutschen sozusagen, oder mich an den Rillen festhalten. Das ist gut zu wissen. Danke sehr. Also, na dann, geh ich mal. Sieht bestimmt, sieht bestimmt voll fetzig aus, ne? Ein Dienstmädchen mit einem Lederhandschuh und Krallenhandschuh läuft durch die Straßen. So, na dann. Sind die anderen noch, die müssten ja noch beim Jimmelschwornladen sein, ne? Das ist ja nicht so weit weg. Und stieflich rüber zum Jimmelschwornladen. Und was habt ihr schon geholt? Äh, das wollten wir gerade machen. Ich geh mal rein, okay? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Äh, was kann ich für euch tun? Äh, folgendermaßen. Wir haben jetzt vor, auf eine etwas längere Reise zu gehen und wissen nicht, wann wir das nächste Mal in einer Stadt sein werden. Wir wollten fragen, ob sie vielleicht für so 14 Tage für vier Personen Verpflegungspakete machen könnten. Ähm. Habt ihr nicht schon eine Menge essen? Na, das sind ein paar Brote, das wäre aber dann ein bisschen zu wenig für die Zeit, oder? Na, wir werden doch sicherlich noch an anderen Städten und alles vorbeikommen. Egal, du weißt aber nicht, wie lange. Was verstehst du denn unter einem Verpflegungspaket? Na, halt einfach, dass da eine ordentliche Mahlzeit man drin ist. Und so quasi so, vielleicht zwei Brote am Tag, Aufstrich mit drauf und vielleicht was Also es gibt Tagesrationen. Quasi, ja. Gut, und du willst dann für 14 Tage Tagesrationen? Ja. Für vier Personen. Für vier Personen, also praktisch, äh. Also praktisch 56 Tagesrationen. Mhm. Ja. Ich würde sagen, ich habe noch etwa ein halbes Fastbier. Achso, das musst du dann auch noch holen. Ja, ähm, insgesamt macht das dann, drei Gold, drei Silber, drei, äh, vorn. Okay, machen wir vier Gold raus für die Umstände. Sagt mal, Leute, äh, habt ihr eigentlich das Zeug von den Sklavenhändlern schon verkauft? Nein, aber die hatten ja noch nichts Besonderes bei sich. Kleinvieh macht auch Mist. Bevor wir es mit uns mit rumhucken. Mh, lass uns gucken, ob wir es vielleicht irgendwie unterwegs verkaufen können. Da bekommen wir vielleicht einen besseren Preis. Gut, dann so. Dann würde ich gerne dir bei dem Gimisch-Vornladen noch ein paar andere Sachen. Weil wir brauchen ja nicht nur Lebensmittel und alles. Äh, gibt's hier, gibt's hier Kissen? Äh, aber jeder von euch kann sich jetzt erstmal 14 Tagesrationen aufschreiben, okay? Ähm. Dankeschön. Ich gucke gerade auf, drauf, ob's es gibt, so, also laut des, äh, in, in, es gibt sowas wie Wolldecken. Mhm. Schlafsäcke, also Kissen an sich werden hier nicht angezeigt, aber ich sag mal, das ist ja dann derselbe Preis wie so eine Wolldecke. Mhm. Ähm, also ich, ähm, und das würde praktisch pro Stück zwei Silber machen. Mhm. Oder warte mal. Ja doch, pro Stück. Zwei Silber. Okay. Also ich habe mir zwei Decken, möchte ich anmerken, Leute. Zwei Decken hat, hat er, ja gut, ich hab meinen Umhang, also da hab ich auch kein Problem mit. Und ich hab meine Rüstung und die Ehre. Und ich hab meinen Mantel. Äh, also brauchen wir Decken schon mal nicht, aber Kissen zum draufsetzen wäre nicht, nicht schlecht. Äh, ist das ein Verkäufer oder eine Verkäuferin? Ein Verkäufer. Warte, ja, haben sie zufällig auch Holzfäller, Äxte und all sowas zum Bäumefällen? Ähm. Ich glaube, bei einer Axt sollten wir besser in der Schmiede nachfragen. Na, es kann ja sein, dass wir hier auch welche verkaufen. Weil es ja ein Gemischstrauenladen. Ja, hab ich auch. Mhm. Wie teuer? Ein Goldfünfzehn. Also ein Goldfünfzehn. Mhm, 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 mhm. Und das ist auch eine gute Axt. Jaja, das sind gute Holzfälleräxte. Mhm. Eine Säge oder so, haben sie die auch? Äh. Ja, würde sehr über Preis sein. Mhm. Dann würde ich sagen, kauf mir zusammen eine Axt und eine Säge. Ja. Dann, hier haben sie das Geld. Okay, drei Gold dann. Okay, Nelope, wie machen wir es? Eine Hälfte du, eine Hälfte ich bezahlen oder wie? Ich bezahl komplett. Na gut. Dafür knurren wir heute Abend wieder unter seinen Umhang. Äh, von mir aus. Okay. So. Brauchen wir denn, holen wir jetzt noch die Kissen oder lassen wir es? Also Kissen wären schon gut, wenn wir welche hätten. Naja, haben wir doch gesagt hier, äh, äh, was war es? Zwei Silber pro Kissen. Mhm. Dann lass uns fünf Kissen holen. Fünf? Ja, fünf. Wieso fünf? Ich glaube, wir da ein Gold ausgeben können und nicht rechnen. Achso, gut, ja, ja, gut. Dann machen wir fünf. Und außerdem, äh, ein Ersatzkissen für den, der vorne sitzt. Mhm. Ja, gut. Okay. Dann habt ihr jetzt fünf Kissen. Mhm. Die nehme ich erstmal an mich, okay? Jo. Und du kannst dir die Axt und die Säge aufschreiben. Ja. Alles klar. Okay. Brauchen wir sonst noch etwas, weil dann würde ich noch eine Kleinigkeit kaufen wollen. Mhm. Äh, nur eine Frage. Ich glaube, da müsste ich nochmal zum Schneider oder so, aber zu dem Halsabschneider gehe ich nicht. Das mache ich notfalls in einer anderen Stadt. Kutschermäntel, verkaufen sie sowas? Robuste Allwettermäntel? Keine Umhänge, sondern richtigen Mäntel? Ähm. Wenn nicht, ist das nicht so schlimm. Dann werde ich in der nächsten Stadt bei der Schneiderei mir dann da mal halt einen anfertigen lassen. Naja, sowas habe ich nicht. Ja, dann werde ich mir wohl einen in der nächsten Stadt anfertigen lassen müssen. Na gut, das würde ja sowieso ein Spezialmantel werden. Mhm. Also ich bräuchte nichts weiter. Äh, ich bräuchte noch eine Kleinigkeit. Ja? Was denn? Und zwar, ich wollte fragen, ob sie zufälligerweise etwas, ja, eine Nadel und Faden da haben. Was sie als ob das wie ein Nähset. Ja. Acht Silber. Acht Silber? Mhm. Könnte ich vielleicht noch eine Ersatznadel dazu bekommen? Damit das ein Gold wird? Genau. Du bist echt zu voll, irgendwie Superbeträge einzutragen, ne? Von mir aus. Ja. Okay, dann, hier haben sie ein Gold. Danke sehr. Guck mal, mit meinem Clownhandschuh, um wie viel erleichtert mich das gesamte Klettern? Ähm. Um. Ich würde sagen, fünf. Fünf. Das ist gut. Ausgezeichnet, wie ich es geplant habe. Okay. Dann, habt ihr noch etwas zu erledigen? Ja, ich müsste noch mal ans feilige Samtung und in, äh, zu, äh, zu der Information. Okay, dann, was halt ihr von mir erst beim nächsten Mal machen, weil es ist jetzt schon 22 Uhr. Ja. Ja. Das ist mir schon. Ja. Ich hab, ich, ich dachte eigentlich, wir kommen heute doch aus der Stadt raus. Nee. Wir haben gefeiert. Das ist die Legende des Einkaufens. Ach komm, das ist halt wirklich Shopping. Beim nächsten Mal geht's dafür dann ordentlich los. Shopping Spree. Moraler Postel. Hast du Schwein gehabt? Gehe ich als nächstes Mal Kara auf den Sack. So, jetzt ist ja quasi so die Session zu Ende, gell? Ja, mhm. Und Arrivederci für meine 150 Abenteuerpunkte. Jetzt hab ich noch 50 übrig. Aha. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Magie zerteilen gelernt. Minus 3, gell? Mhm. Ich würde gerne mein, ein paar Werte verstärken, aber, joa. Welche denn? Äh, Schleichen zum Beispiel. Ja, kann man da mal gucken, gell. Dann gibt's ne Tabelle. Ich glaub auf Seite 198. Schleichen hab ich mir total auf Plus 2. Ich würde das gerne auf, ja, halt so erhöhen wie ich kann. Die gesamte fucking Tabelle hab ich mir abgeschrieben. Okay. Oh, Mist. Also, Schleichen ist ja zum Beispiel... Wie gesagt, ich bin grad auf Plus 2. Äh... Ist hier zum Beispiel ein Körper-Talent. So, körperliche Talente sind in der D-Tabelle. Du hast auf Plus 2. Das heißt, ein Upgrade würde 12 kosten. Ein weiteres 17. Ein weiteres 22. Und da würde mich grad mal interessieren, was wäre denn dann eigentlich mein Zerschneiden von Magie? Dein Zerschneiden von Magie ist ne verdammt mächtige Fähigkeit. Ja. Das steht unter... Das ist auf dem Fall unter F. Unter F, okay. Dann bringe ich die direkt auf minus 2 runter. Und dann hab ich jetzt nur noch 10 Abenteuerpunkte. Ich möchte anmerken, diese Fähigkeit ist wirklich sehr, sehr mächtig. Ich habe drüber nachgedacht. Ich hatte heute an einem... Also an einem Gegner gearbeitet. Und dem eine Fähigkeit gegeben. Und dann hab ich so drüber nachgedacht. Diese Fähigkeit ist schon ziemlich overpowered. Dieses von Magie zerschneiden macht das Ganze echt heftig. Ich kann diese Fähigkeit einfach komplett negieren. Tja, 220 Punkte hab ich bekommen. Okay, ähm... Also, ich habe jetzt das mit der Armbrust freigeschalten. Wie viel kostet mich das jetzt, das auf Maximum bringen oder so, Mag? Kannst du das mal für mich ausrechnen? Was auf Maximum bringen? Gleichen. Was heißt auf Maximum bringen? Wie... Welche... Welche Stufe... Du hast Stufe 2. Ja, plus 2 gerade. Dann kostet das dann 12, dann kostet es nochmal 17, dann 22 nochmal, dann nochmal 27, dann nochmal 33. Also wie viele Punkte hast du denn? Ich hab 220 insgesamt. So, okay. Also 220. So, ich... Ich rechne jetzt einfach mal, äh... Wie viel du machen könntest, okay? Ja. Weil es gibt ja bestimmt einen Maximalwert dafür, oder? Sowas wie 10 oder so. Also du könntest dich maximal auf plus 9 hochbringen. Nur die Frage ist, ob das dann auch storytechnisch Sinn macht, weil so sehr hast du es nicht geübt, dass du plötzlich plus 7 bekommen würdest, oder? Ja, auf 9 würdest du es... Würdest du kommen können. Und eigentlich geübt hat er das schon oft. Er hat bloß halt sehr viel versagt. Ja. Gut, plus 9. Wie viele Punkte bleiben dann übrig? 25. Okay, und 20. Hm. Was könnte ich denn da noch erhöhen mit... Um... Ja... Was würde mich das... Was könnte ich schaffen bei... Ich bin bei Reiten minus 1. Wie weit könnte ich das noch erhöhen? Reiten. Einen Moment. Reitenfeld. Der Körper. Das ist auch D, oder? D. Ja. Das könnte ich jetzt... Auf einem minus 1. Das heißt, kostet es nochmal 20. 20. Dann hättest du es auf 0. Okay. Dann mache ich das auf 0. Und dann habe ich noch 5 Punkte. Kann ich damit noch irgendwas machen? Nee. Okay. Also wenn du nicht zufällig ein A- oder A-Plus-Kategorie hast, oder eine B-Kategorie irgendwie... Also gesellschaftliche Talente kann man da vielleicht noch erhöhen. Gesellschaftliche. Aber auch nur, wenn sie noch ziemlich niedrig sind. Kuro ist rausgekriegt. Habe ich gerade schon gemäßt. Ja. Ähm. Ich hätte... Ähm. Überreden hätte ich auf 0. Da hätte ich ja theoretisch ja... Jetzt war es tatsächlich sogar gemacht für, ne? Das Überreden? Ja. Wegen dem Ausziehen. Da unten zu der Wäsche zeigen. Überreden ist aber auch ein Körpertalent. Hä? Ich habe das unter Gesellschaftstalente stehen. Unter was? Ich habe das unter Gesellschaftstalente. Überreden. Aber wenn du das... Überreden habe ich auch unter Gesellschaft. Hä? Gesellschaft... Ach da, stimmt. Da, ja, ich habe Gesellschaft übersehen. Sorry, ja, Gesellschaftstalente, okay. Ja, hast recht, okay. Und das hast du auf was? Null. Auf null, okay. Dann kostet das die Aktivierungsgebühr, oder? Äh, nee. Er hat schon. Es wäre dann praktisch... Du könntest es dann praktisch auf 1 bringen für 2 Punkte. Okay, und auch Stufe 2 kostet wahrscheinlich mehr als 3 Punkte. Ja, es kostet 4. Ja, dann mache ich das auf 1. Gut. Weil alles andere wäre plus... Er würde mich 4 kosten. Weil alles andere ist auf 1 und ich habe sonst nichts auf 0 oder so. Mhm. Gut. Übrigens, ähm, ich möchte nur mal noch erwähnen, für den Fall, dass ihr es nicht wisst, wegen oder Punkten, die ihr steigern könnt. Mhm. Ihr könnt damit auch Eigenschaften erhöhen. Also was wie Klugheit und so. Mhm. Kostet nur 3. Aber das geht nur... Ja, das geht nur bis zum 1,5-fachen des Wertes, den man zum Anfang hatte. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 8 habe, kann ich das nur bis auf... Nur bis 12. Nur bis 12. Mhm. Ist auch schon einiges. Und, äh... Wie viele Punkte würde das kosten? Eine Aufwertung dieses Wertes von, sagen wir mal, von 8, ne? Auf 9 wäre zum Beispiel 220 Punkt. Hm. Ja, okay. Das ist halt heftig. Ja, aber bedeutet halt sehr viel, weil es die ganzen Eigenschaften... äh, Wahrscheinlichkeiten verändert. Mhm. Ja, ich wollte auf jeden Fall das Schleichen machen können und als nächstes wollte ich das Reiten. Es ist bloß Anmerkung, ne? Ihr werdet ja noch öfters Punkte kriegen und ich denke mal in der nächsten Zeit, wenn ihr dann, äh, größere Dinge erledigt habt, dann wird es auch mehr Punkte geben als beim letzten Mal. Du meinst, wir irgendwie die Stadt verlassen haben? Ja. Ja, zum Beispiel. Das wird beim nächsten Mal endlich der Fall sein. Und da habe ich mal eine Frage jetzt hier schon mal. Mhm. Nächstes Mal in die Höhle oder wollen wir woanders hin? Naja, ich will erst, wie gesagt, ich will dir erst mal Kara fragen. Kara, was ist denn das für ein Monster? Und wenn du, wenn du zu faul bist, um mir zu sagen, was das für ein Monster ist, kannst du mir bitte sagen, gibt es in dieser Höhle nur einen Eingang oder gibt es mehrere Eingänge? Oder am besten über die Höhle erfragen, was sie alles weiß. Hm? Oder am besten alles über die Höhle erfragen, was sie weiß. Na gut, so macht ihr Sinn, sie ist ja die Göttin der Erde. Hm. Aber sie wird... Sie ist bodenständig und abgehoben zugleich. Ja, sie wird mir aber zumindest bestimmt sagen können, ob diese fucking Höhle ein oder mehrere Eingänge hat. Hm. Das hat nämlich, das hat nämlich mit der, mit der Holzförderachs zu tun. Aha. Hm. Ah. Falls das hinter Bäumen versteckt ist oder so, ja? Hm? Falls das hinter Bäumen versteckt ist oder so, ja? Hm, ich glaube, er hat einen anderen Plan. Hm. Hm. Ich glaube, er hat einen Plan, den ich in der Vergangenheit schon einmal in meiner Runde erlebt habe. Ich bin gespannt, was denn? Eingänge zubauen und dann wahrscheinlich... Ja. Wenn das Ding nur einen einzigen Eingang hat, werden wir Feuer setzen und das scheiß wie Ausräuchern. Das Problem ist allerdings, wenn die Höhle nach unten geht, dann wird der Rauch da nicht reinziehen. Deswegen frage ich ja. Ich halte, man könnte vielleicht mit einem Windzauber oder sowas noch reinblasen. Hm. Hm. Mensch. Ja, wenn man nur jemanden hätte, der sowas könnte, hm. Hm. Vielleicht würde da so... Das haben wir eben nicht... Vielleicht würde da ja so Windschnitt oder so funktionieren. Oder wirbelnde Winde. Ja. Ja. Okay. Na gut, äh, ja, mal die Übertragen läuft übrigens noch, ne? Ja, meine Aufnahme auch. Okay. Ähm. Dann nochmal eine Frage. Nächste Woche dann wieder, oder? Nein, leider nicht. Nächste Woche habe ich Nachschicht. Ah, okay. Das heißt, Fokuspot? Diesen Monat nicht mehr. Wir wieder? Ja. Ja, klar, gerne. Die nächste Runde. Die nächste Runde. Mhm. Hast du Bock? Übrigens, ähm... Ja, sehr viel. Wenn ihr sowieso beim nächsten Mal noch zum Tempel geht. Ja? Xorias, möchtest du mal eine Liste von allen Zaubern, die momentan möglich sind? Aber gerne doch. Aber vielleicht wäre es Markierung, wen man dafür fragen muss. Hm. Ich sag's mal so, es ist offensichtlich anhand der Liste. Okay. Ich schick's dir einfach mal, die Nachrichten. Ja, ich... Ich werd ja auch den... Ich werd ja auch noch den Gott des Todes fragen, was er denn für'n Segen für mich hätte. Da werd ich auch hin. Dann sagt er einfach, ja, ich bring dich um. Na danke, ich werd zum Nekromanten. Nein, du wirst zum Werkzeug des Nekromanten. Fuck. So. Unter welche Kategorie fällt ein Schleichen? A, B, C, D, E, F? Schleichen müsste ein Tor Körper sein. Und das ist dann D. D. Äh, äh, d, 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 d. Ah, Gott. Schleichen, Körper. Das war nicht so gut. Hm? Das war nicht gut. Achso, weil du jetzt auf die gedrückt hast. Äh, ja, ich hab das jetzt runtergeladen und dann hat das halt... in dem Fenster, das ich übertrage, aufgezeichnet, aber es war weniger dramatisch, als ich dachte. Alles gut. Okay. Ja, tut mir leid, aber ich kann es halt... Ja, es ist halt zu viel Text für das. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich daraus erlesen kann, von wem ich das kriege. Das ist, ähm... Nee. Also vor allem, da steht ja auch nichts drüber. Also, ähm... Ja. Nee. Keine Kategorisierung vorhanden. Ich finde die Liste nicht so gut gelungen, aber ich weckel mich mal durch. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich die Liste nicht so gut, äh... geführt habe. Ja, ein bisschen mehr Struktur wäre schön, aber ich... ich komm schon damit zurecht. Kannst mir ja sagen, was du auch in den Zaun hältst, gleich mal, wenn du sie durchgelesen hast. Aber okay, wir wollen vielleicht erst mal den Stream beenden. Ja. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt. Naja, ich werde jetzt mein Schleichen noch auf 9 erhöhen. Ja, äh... Ja, ich falle jetzt. Mach keinen Stress, bitte. Ich wollte gerade sagen, dass ich schlafen gehen muss. Ich... Gute Nacht. Äh, bin... Ja, gute Nacht, Stivel. Ich freue mich auf die nächste Sitzung. Ich bin gespannt, welche der Storystränge denn verfolgt wird. Es gibt ja mittlerweile schon gut... Fünf Storystränge, die man verfolgen könnte. Mhm. Mhm. Ähm... Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ja. Dann, tschau. Tschau. Gut, ja. Dann bedanke ich mich bei den Damen, der an auf Twitch und auf YouTube fürs Zusehen. Hoffe, dass es dieses Mal technisch endlich wieder geklappt hat. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Der Fehler wurde gefunden und hoffentlich ausgemerzt. Also laut den Ausschlägen in den OBS sollte es funktioniert haben. Wir sehen mal. Wir haben ein Backup. Ja. Das machen wir ab heute auch so. Da bedanke ich mich herzlich bei Pokerspot. Ach, nicht zu danken. Ich lasse halt einfach nur OBS im Hintergrund laufen mit einer Aufnahme. Ja, aber es ist halt trotzdem... Ja. Es ist mehr Aufwand, aber... Sicherheit ist... Nee. Äh, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Abend noch. Tschau. 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 Bye. Tschau.